Und damit Leute, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Roblox und ihr könnt es schon sehen, wir spielen heute einfach mal Suche und Verstecken im Propert Modus, bedeutet, ja man kann sich hier quasi in so Gegenstände verwandeln und muss sich dann damit verstecken, nur es gibt wieder ein Problem und zwar ist auch leider wieder Seven mit dabei. Hallihallo Leute, ich hab Suche und Verstecken in meiner Kindheit immer gespielt und deswegen bin ich Profi. Ey, aber ich muss kurz fragen, bist du auch ein Gegenstand oder bist du Sucher? Ja, ich bin ein Sucher tatsächlich und was bist du? Was bist du jetzt gerade? Ich bin tatsächlich ein Gegenstand. Echt jetzt? Ja. Du bist ein Gegenstand, Bro. Oh, hast du gerade ein Geräusch gemacht? Äh, ne. Aber ich hab dich gesehen, ich schwöre, ich hab dich gesehen. Okay Leute, ich glaub ich weiß, wo du Max ist. Nein, nein, du siehst mich nicht. Ich bin Max, ich bin Max, ich bin Max. Du Max ist bestimmt hier drin. Bist du im Klassenzimmer? Bin nicht im Klassenzimmer, aber ich merke gerade, wie OP das ist einfach. Hier sind halt überall so Gegenstände und du musst halt genau mich finden, ne. Ich bin halt einfach... Soll ich verraten, was ich für ein Gegenstand bin? Ja, ein Buch, danke dir. Äh, ich bin tatsächlich ein Schulrucksack. Okay, so viel sag ich dir, aber mehr sag ich nicht. Oh, ich hab einen. Oh! Okay, ja, ich seh der... Sobald man gefunden wird... Ja, Bro, ich hab einen. Ja, ja. Ich hab einen gefunden. Nobody, oh mein Gott, mein erster... Sobald man gefunden wird, wird man quasi automatisch auch in Suche. Aber was ich vergessen hab zu sagen. Wir spielen auch wieder um 1000 Euro, Junge. Schon wieder 1000 Euro, Leute. Ich hab ja das letzte Mal immer gewonnen. Let's go. Ah! Oh mein Gott, war das knapp. Hier war einer. Bro, ich hab gleich wieder einen. Okay, warte, warte, warte. Das ist ein Kissen. Hier drin war auch gerade einer. Ey, ich muss echt aufpassen, Leute. Da sind richtig viele. Ey, bei mir sind zwei. Nein, der hat Schleim eingesetzt. Ich bin in Schleim gelaufen. Oh! Ja, das Ding ist, Leute, wenn man als Gegenstand ist, kann man quasi auch so ein paar Special-Items hier quasi benutzen. Zum Beispiel kann ich eine Slime-Trap machen. Ey, ich krieg hier nicht. 25 Euro, Max. Äh, Bro, gib mir mal einen kleinen Tipp, wo du sein könntest. Oh, ich hab nochmal einen gefunden. Oh mein Gott. Das Ding ist, Bro, man hat immer, man hat ein Herz und du musst jemanden quasi zweimal berühren, damit du ihn fängst. Nein! Was? Ich hab dich. Oh mein Gott. Bro, du hast mich einmal berührt, aber ich hab nur so ein bisschen Leben verloren. Ich hatte noch so ganz wenig, weil du mich nur so ganz kurz berührt hast. Oh mein Gott. Ey, ich wusste gar nicht, dass du das bist, ne? WTF. Ey, aber ich muss ehrlich sagen, Bro. Guck mal, ich hab überlebt bis zur Minute zwei fast. Das heißt, ich bin eigentlich schon ganz gut. Wenn ich dich in der nächsten Runde früher finde, bekomme ich auf jeden Fall auch nochmal einen Punkt, okay? Okay, okay. Ey, jetzt lass uns mal die anderen zusammenfinden. Oh, hier ist einer. Warte, 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 hast du ihn? Hier, das Buch. Das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch rennt weg. Rennst weg, warte, 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 rennt hinterher, hinterher. Warte, nein. Hier ist das Buch, Bro, schnell, beeil dich. Ich komm von hinten, warte, 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 warte. Ja, genau, genau, komm du von da an und zu. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Nein, es ist schneller. Nein. Stehenbleiben. Komm, 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 komm. Komm, 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 bitte, 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 bitte. Ich hab's gleich, Bro. Ja, wir haben's. Oder, oder? Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Vier Stück noch, Abo, ne? Ja, ja, ja. Ey, das Ding ist, ne, Bro, man kann auch für Robux sich hier so ein paar Hacks kaufen, ne? Ich kauf mir das jetzt mal selber. Damit kann ich nämlich für drei Sekunden alle Gegenstände enttarnen und seh genau, wo die sind. Warte, warte, warte. Okay, sag an, wo die sind dann. Ich mach, ich mach drei, zwei, eins. Ja. Ich seh eins und zwar, warte, warte, warte. Warte, hier drin, hier ist ne Maske. Ich hab ihn, ja. Nice, nice. Wo noch? Warte, warte. Ich kauf nochmal, ich kauf nochmal. Ey, das ist so ehrenlos, ich cheater einfach, Bro. Das ist zu krass, das ist schon ehrenlos, aber egal. Okay, warte. Und ich setz ein, drei, zwei, eins. Warte, da drüben. Folg mir selber, hier ist die nächsten Gegenstände. Warte, warte, hier, hier, hier ist ein Schulrucksack. Hier ist einer. Oh, schnell. Steh weg, hinterher. Nein. Ja, ey, steh weg. Ja, ey, er haut die ganze Zeit ab, ey, ich glaub da nicht. Ich hab, nein. Junge, er hat noch ein halbes Herz. Komm schon. Ich komm von der anderen Seite. Oh, wir haben ihn. Jawoll. Ey, noch 30 Sekunden und noch zwei Leute. Nur noch zwei. Ey, warte, warte, ich kauf mir jetzt doppelt ein Speed-Zimmer, dann kann ich schneller laufen. Das hätt ich vorhin als Buch, äh, als, nee, nee, ich war ja in einem Schulrucksack. Da hätt ich das auch machen müssen, dann hätt ich vor dir wegrennen können. Ey. Das stimmt. Ey, 15 Sekunden und noch zwei, sonst haben die gewonnen. Okay, warte, warte, ich hab jetzt doppelt ein Speed-Zimmer, das kann ich richtig schnell laufen. Oh mein Gott, Bro, schau mal. Zehn Sekunden. Warte, ich guck im Klassenraum. Hier vielleicht im Klassenraum oder so? Nein, fünf Sekunden. Nein, nein, nein. Zwei gewinnen einfach, das kann ich sein, Bro. Nein. Och, GG, die zwei haben gewonnen. Ey, ich muss ehrlich sagen, selber aktuell steht es 1-0 für dich, okay? Ja, 1-0 für mich. Aber, Bro. Und jetzt geht's rein in die zweite Runde. Bro, zweite Runde werde ich rasieren, sag ich dir. Ja, auf Ansage, 1-0 steht es aktuell, aber ich hole noch auf, du wirst sehen. Okay, Seven, zweite Runde, es steht nach wie vor 1-0 für dich, aber ich sehe, ich bin wieder ein Gegenstand. Was bist du diesmal? Bro, ich bin diesmal auch ein Gegenstand, einfach. Ja? Lass treffen, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ey, äh, warte, lass uns treffen, warte mal, äh, in diesem Häuschen in der Mitte. Da gibt's doch so ein Thron, komm mal da rein, komm mal auf den Thron hier. Bist du da ein bisschen der Seestern? Ja, ja, ich bin der Stern. Ich bin dieses Rad. Lass uns mal, lass uns mal irgendwie so nebeneinander mäßig, ich bleib einfach mal hier und du bleibst da. Äh, ja, warte, warte, aber man kann sich auch so Sachen kaufen, dass wir schneller wegrennen können und zum Beispiel so ein Speedboost kostet 25 Euro, ich kauf das mal, Bro, warte, warte, warte. Okay, okay, mach mal. Dann kauf ich mir das Slime Trap vielleicht. Ja, kauf dir Slime Trap, damit können wir nämlich schneller abhauen, wenn jemand kommt. Oh mein Gott, das ist so krass. Bro, da ist jemand, da ist ein Sucher, da ist ein Sucher da draußen. Ja, ich mach grad nix. Ja, Bro, du, du läufst ja auch rum, du Dummkopf. Ja, ich muss dich ja anloggen, dass er dich zuerst fängt. Du kannst so nicht rumlaufen, du Dummkopf. Ja, doch, der soll dich doch fangen, Bro. Hey, bitte, hör auf. Lumix, hör auf damit, ohne Spaß. Hör auf, Lumix, der kommt. Bleib jetzt, bitte, bleib. Ey, wenn du dich jetzt bewegst, Bro, ich hab keinen Speedboost, beweg mich. Hier, hier bin ich. Er kommt, er kommt. Er hat dich. Nein, ich hab Schleim eingesetzt, ich hau ab. Ich hab Schleim eingesetzt, wuhu. Wir sehen, Misty. Ey, das ist so krass, dieser Modus, Leute, diese Suche verstecken. Ey, ich bin weg, ich bin weg, Bro. Ey, du hast mit einem halben Herzen überlebt, ne? Und er kommt, er kommt. Ich hab noch Speedboost, was ich einsetzen kann, alles gut. Also ich überlebe noch, ich lebe noch, du auch, ne? Der verfolgt mich, der verfolgt mich. Ich lebe noch, Leute. Warte mal, wir könnten auch... Ich versteck mich hier. ... den Sound spielen. Ich versteck mich. Hast du grad gelacht? Bist du das? Ja, ich hab grad einen Sound gespielt. Warte, ich mach auch einen. Ich hab grad einen Sound gespielt. Ich hab auch einen aufgespielt. Warte. Nein, bei mir ist eine. Oh mein Gott, die hat mich fast gehabt. Die war genau bei mir. Die war eigentlich auf mir drauf. Oh mein Gott, das ist ecklich. Ey, die war eigentlich auf mir drauf. Wo bist denn du jetzt noch? Ey, ich geh hin da zu diesem, in die Ecke, wo der Pilz ist. Ey, ich feier diesen Modus so krass, denn, Leute, ein Versuch und verstecken als... ... als Gegenstand. Ey, Seppi, du musst vor mir rausfliegen. Nein, er hat mich. Ja, ja, einfach für mich. Let's go, I'm time. Ich glaub's nicht. Äh, bist du noch das Rad? Äh, ich... Oh, du kannst mich ja jetzt auch fangen, du Ehrenloser. Bist du noch das Rad, Lumex? Oh, warte, warte, warte. Bro? Ja? Oh, 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 OP. Ich hab ein OP-Versteck. Warte. Warte, ich muss Lumex... Ah, da ist er doch. Nein, das war jemand anders. Ich hab einen gefangen, aber es war nicht Lumex. Warte, ich hab ein OP-Versteck. Hier findet mich keiner, Bro. Ja, sag mal, wo du bist. Oh, 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 oh. Komm, ich hol dich. Oh, nein. Sag mal, wo du bist, ich komm auch nicht. David! Ich komm nicht. Ey, ey, Speedboost, Speedboost. Ah, nein. Fuck, mich doch. Ey, David, ich hab Speed... Oh mein Gott, ich hab dich fast gehabt. Ja, hier bin ich. Bro, du bist zu schnell, Bro, du bist zu schnell, ne, mit dem Speedboost. Geht noch zweieinhalb Minuten. Hä, hä? Wo bist du? Ich hab ausgedrängst. Ja! Bro, wo bist du hin? Ah, 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 ah. Hä? Süß. Jetzt mal real... Hier. Na, äh? Bro, ich bin so krass entkommen. Junge, du kriegst mich nicht, Junge. Sag mal, wo du bist. Ich mach... Ich mach... Komm, auf korrekt. Ich kann mein... Auf korrekt, sag mal, wo du bist. Oh mein Gott, ich kann was machen, das ist so OP, aber ich verrate's dir nicht. Oh! Was kannst du machen jetzt, hä? Ähm... Ja, Bro, vielleicht bin ich ja gar kein Rad mehr. Nein, du hast dich geändert. Du bist ein kleiner Schmarotzer, bist du. Uh, 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 uh. Okay, Kande. Renn, renn, renn. Hat er dich, hat er dich? Renn, 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 renn. Oh, ich hab einen gefangen. Ich hab einen gefangen, nice. Oh mein Gott, Bro, hier sind so viele. Ah, ich renn jetzt nicht weg. Wo ist denn du? Hast du noch deinen Speedboost? Nein, hab ich nicht. Oh, 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 oh. Hä, wo ist der? Ein AP, ein AP. Noch eineinhalb Minuten, Leute. Eineinhalb Minuten. Ein AP. Er renn mir hinterher. Ich hab eine AP, Bro. Ich seh ihn nicht. Ausgetrickst. Ich hab ihn aufs genommen. Ich hab ihn aufs genommen. Ich hab ihn aufs genommen. Der Modus ist so geil, Leute. Lass den Dauf nach oben dafür da. So, Leute, mal gucken. Warte mal. Bro, bitte, bitte. Nein, nein, bitte komm. Nein, renn. Ich brauch einen Speedboost. Ich brauch einen Speedboost. Renn. Oh mein Gott. Ey, Bro, ich muss überleben. Bitte noch zwei. Oh mein Gott. Bro, bist du das? Bist du der Anker? Äh, ich... Äh, wie bitte? Nein, ich will doch gar nicht. Bro, bist du der Anker? Bro, du bist der Anker. Lass mich in Ruhe. Leute, noch 50 Sekunden. Wir müssen Lumix holen. Ich darf die Runde nicht verlieren. Bleib doch mal stehen. Du bist der Rekinder, du kleiner. Hast mich in Ruhe. Ausgetrickst. Nein, 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 nein. Leute, ich lass mich diesmal nicht verkackeiern von Lumix. Ey, warum hilft der mir nicht? Hier ist doch einer. Tschüss. Jungs, kommt her jetzt. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Das ist nicht möglich. Ey, Junge, wenn du abhaust. Ey, das gibt's nicht. Ja. Was? Wie? Jawohl. Kleiner. Aber ich hab trotzdem länger überlebt. Es steht 1, 1. Es steht 1 zu 1, Freunde. Ey, dieses Mal hat Lumix gewonnen. Aber es war krass, Bro. Ich will auf alles seit langem ein richtig geiler Modus hier in Roblox, ne? Übelst, übelst, Leute. Also wir fühlen dir wirklich sehr. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt Prop bin und du Seeker, also Sucher. Boah, das wär auch lustig. Ey, die Leute sollen mal alle einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt mal in die Kommentare, da können wir sowas irgendwann mal mit Zuschauern machen. Das wär auch übel lustig. Ey, das wär krank, Leute. Wenn ihr sowas feiert. Heftig. Okay, nächste Runde. Okay, nächste Runde, Seve. Ich bin drin und... Bro, ich bin diesmal ein Sucher. Oh mein Gott. Ja! Ich bin ein Prop und ich sag auf Ansage, du wirst mich... Du wirst... Genau, ich bin Gegenstand und du wirst mich niemals finden. Never ever. Never ever. Okay, also als allererstes, Seve, hab ich hier erst mal meine doppelte Geschwindigkeit aktiviert, die ich dauerhaft jetzt hab... Es ist egal, weil du wirst mich niemals finden. Niemals? Never ever. Okay. Außer du hast wieder irgendwelche Hacks. Aber das wär natürlich unfair, ne? Bro, ich würd doch keine Hacks benutzen, Bro. Das wär natürlich unfair, wenn du Hacks benutzen würdest. Also ich chill hier. Ich hab hier gar kein Problem. Ich warte hier einfach ein bisschen. Ich genieß es. Schade. Oh, Lumix hat einen gefunden. Seh ich grad. Ähm, ja, also den ersten hab ich schon mal... Ich seh Lumix! Ich seh Lumix! Du siehst mich! Ja, ich seh dich. Ich seh dich und... Das ist nicht gut, weil... Wenn du mich siehst, muss ich dich auch sehen, Seve. Ah, er chillt, er chillt da, Freunde. Er chillt da ein bisschen, läuft ein bisschen rum mit seinem blauen T-Shirt oder Hoodie, was das da ist. Alter, schon wieder einen gefunden hast du? Seve! Du darfst nicht erwischt werden, Freunde. Wo bist du? Also hier riecht echt viel nach Geld. Hier riecht es richtig nach Geld bei mir. Hier riecht es nach Geld? Oh nein, sag nicht, du bist zufälligerweise in dem Bunker hier drin, Seve. Hä? Nö, aber es riecht viel nach Geld. Ey, ich kaufe mir die ganze Zeit... Das kaufst du dir. Bro, hör auf, dir wieder irgendwelche Sachen zu kaufen. Hä? Hör bist du hier, Seve? Hör bist du das? Nein. Stehbleiben! Bin ich nicht. Stehbleiben! Aber ich seh dich. Leute, wir sind einfach da bei Lumix. Stehbleiben! Nein! Nein, direkt auf die Tasse. Nein, das warst nicht du. Nein, das war wieder nicht ich. Aber ich muss schon sagen, du spielst richtig gut. Du hast schon, glaube ich, vier Leute, Freunde. Ich glaube, Lumix hat schon vier Leute. Was ist das? Schrumpfen kann man sich auch noch. Okay. Dann seh ich dich halt nicht, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warte. Bei mir ist einer. Oh mein Gott, Bro. Bei mir sind zwei. Wie lustig, ich bin so richtig klein. Lumix, bei mir sind zwei Leute. Ey, ich bin umgefallen, hallo. Mein Gott, ich finde mich nicht, Leute. Ich bin halt übelst schnell. Ich muss mich eigentlich super easy fangen können. Du musst irgendwo oben sein. Bitte. Zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten. Ey, du darfst das nicht gewinnen. Ich kaufe mir einfach noch meinen Scanner. Ja. Nein, das ist echt blöd, wenn du das machst. Das darf man nicht. Seville, bist du das hier etwa? Nein. Ja. Ja. Ey, Alter. Hast du dir einen Scanner gekauft? Äh, was? Seville, was? Sag nicht, du hast dir einen Scanner gekauft. Ey, ich würde mir doch keinen Scanner kaufen, Bro. Also, ich bitte dich. Hallo. Ey, wenn ich dir das Video mir anschaue und du hast einen Scanner gekauft. Nein. Nein, da bin ich richtig sauer. Bro, es steht 2 zu 1 für mich. Ja. Ja, okay. Wir werden gleich mal in der nächsten Runde sehen, wer gewinnen wird. Vielleicht sind wir auch in der nächsten Runde beide Sucher. Und wenn wir Sucher sind, dann kommt es darauf an, wer mehr Leute findet. Ja, ja. Ja, ist ja auch lustig. Okay. Wir gehen in die nächste Runde selber. Let's go. Okay. Nächste Runde. Here we go. Und ja, endlich. Ich bin wieder ein... Bro. Oder ich bin so ein fetter Gegenstand. Ich bin so ein richtig fetter... Was bist du? Ich bin auch richtig dick. Bist du das Brett hier? Ich bin ein Ring. Ich bin ein Schwimmring. Ich bin auch ein Schwimmring. Ey, die haben es aber übel cool. Guck mal. Mega nice. Lass mal ein bisschen schwimmen gehen. Komm, wir gehen aufs andere Land. Bro, warte. Ich habe mir eben für Coins so einen Sound gekauft. Ich kann jetzt furzen. Achtung. Bro, das hört sich ja wie dein echter Pups an. Ey, hast du das gehört in-game? Natürlich. Warte, ich mach nochmal. Warte, warte. Nö, da ist doch was mitgekommen. Äh, ja, vielleicht ein bisschen. Nö, mal auf hier rumzufurzen. Ey, Bro. Aber ich sage dir... Bro, ich habe einen Button. Damit kann ich alle, alle, ähm... Alle Suche einfach... Einfriesen. ...freezen. Soll ich das mal machen? Das kostet 50 Robux. Warte, ich mach das mal. Ich mach das mal. Warte. Mach mal. Mach mal. Warte. Und. Warte, warte, warte. Achtung. Drei, zwei, eins. Und. Oh mein Gott. Ey, wie geil das aussieht. Jeder kann sich nicht bewegen. Und jetzt geht's wieder. Das ist gut. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Bro, man kann sich auch Ghost kaufen. Ey, es gibt ja so krasse, ähm, Sachen, die man sich hier kaufen kann, ne? Ist ja übelgeil. Ja, und bei mir sind wieder einige Leute, habe ich vorhin noch nicht gefunden. Wo bist du, wo bist du? Sag, wo du bist. Ich bin am Strand. Ich bin am Strand. Ja? Beim Steg. Ich bin, äh, am Strand weiter von vorne. Warte, ich mach kurz Geist. Ich mach... Mich verfolgt einer. Warte, ich mach Geist. Ich wundsichtbar. Ich wundsichtbar. Er sieht mich nicht mehr. Laber nicht. Ich wundsichtbar. Wo bist du? Ich bin am Strand, aber halt im Wasser, ne? Spring mal, spring mal, spring mal. Nein, kann ich jetzt grad nicht. Kann ich nicht, Bro. Bei mir ist einer. Oh mein Gott, es sind richtig viele. Nein, ich brauch... Oh, bei mir ist eine. Ich brauch Speed. Ich brauch Speedboost. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin am Marsch. Ich bin am Marsch. Ich bin am Marsch. Oh mein Gott, sind bei mir viele. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, ich wurde grad fast down geholt, Bro. Oh, ich hab nur noch Millimeter Leben. Nein. Oh mein Gott. Ich hab fünf Leute verfolgt. Ich bin raus. Und ich bin natürlich wieder... Oh, ich wurde jetzt erst gefangen. Leute, das heißt... Nein, das ist nur so... Das ist nur noch so kurz hinter mir gefangen, Gutes. Yep. Leute, das heißt, es steht... Wie viel steht es? 2 zu 2? Ah, es steht 2 zu 2 jetzt. Okay, nächste Runde. Here we go. Oh, wir sind wieder in der Schule, Seville. Ja. Let's go, endlich wieder lernen und Mittagsschule, Freunde. Bist du auch Gegenstand direkt, ja, ne? Ich bin Gegenstand, ja. Guck mal, ich versteck mich jetzt direkt mal da unten und kaufe mir direkt hier alle Items auf einmal. Ich kaufe mir direkt hier ein paar Speedboosts, weil eben hatte ich das Problem gehabt, ich musste das immer erst kaufen, wo ich es einsetzen kann, Digga. Oh mein Gott, Leute, ich hab's... Also, äh, Bro, ich hab ein geisteskrankes Versteck, ne? Ehrlich? Bro, ich hab einen Versteck, da wird niemand, nie jemand drauf kommen. Ja, ist mir egal. Ja, ich kaufe mir jetzt hier direkt erstmal von jedem paar Gadgets, dass ich hier direkt immer alles einlösen kann, dann kann mich keiner besiegen, Bro. Ja, jetzt bin ich mal gespannt bei Gewinn. Also, ich sag, die Runde gewinne ich safe. Bro, ich kaufe mir hier gerade, ich hab schon drei Speedboosts und ich kaufe mir jetzt noch den Freeze, dass ich die Suche einfach einfrieren kann. Oh mein Gott, das ist so jährlich. Jetzt mal gucken, jetzt mal gucken. Bist du, ähm, du bist ja auch Gegenstand, ne? Ich bin auch Gegenstand und ich würde sagen, ich treu jetzt ein bisschen. Ich mach erstmal einen Sound hier jetzt. Achtung, 3, 2, 1, ich furze. Bäh. Kannst du mal aufhören, hier rumzupupsen? Wo bist du, Bro? Welches Item bist du? Wo bist du? Jetzt sag ich dir nicht. Ah, hier ist einer! Ah! Help! Lu makes down, Leute. Lu makes down. Nein, ich bin nicht down. Gar nichts. Wo bist du? Sag, in welchem Raum du bist. Ich komm zu dir. Nein, kann ich nicht sagen. Wie kannst du nicht sagen, Junge? Kann ich nicht sagen. Ich kann dir ja zugucken. Weil wenn du dann Sucher bist, dann findest du mich ja direkt. Ich kann dir zugucken. Ah, nee, das ist nur für... Oh. Also, ich bin... Ich bin im Raum vom Rektor. Ich muss nachsitzen. Ey, ich bin im Spectation. Wie kann ich wieder rausgehen? Ah! Nochmal auf Spectation drücken vielleicht. Nee! Ah! Also, ich bin beim Rektor. Doch. Mit meiner Mama. Ich hab ein bisschen, ja, blöde Sachen angestellt. Äh, okay, ja. Ein Schiff! Du bist der Schiff! Du bist der Schiff! Nein, ich bin kein Schiff. Nur, ich kann sagen, wo du bist. Ich komme zu dir. Wo bist du? Noch keiner ist in meinen Raum gekommen. Nein! Hinter mir ist einer! Nein! Speedboost! Also, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin in irgendeinem Raum drin. Wenn du drin bist, dann sag ich dir, ich bin drin. Du bist im Theater. Nein, nein, Real Talk, nein. Bro, ich bin in echt kleinen Raum. Ich bin beim Rektor, glaube ich. Ich glaube, das ist beim Rektor. Beim Rektor. Ja. Ich komme jetzt auch zum Direktor-Launch. Nee. Guck mal rum. Hier ist eine Klasse. Was ist das hier? Hier ist so ein Spiele-Paradies. Oh! Ey, wie krass wäre das, wenn ich die Runde gewinne jetzt? Du gewinnst gar nichts. Ich habe so krasse Items. Bro! Oh mein Gott, hier ist einer! Guck mal, wenn du jetzt verlierst, du hast Hacks und verlierst. Was sieht es damit aus? Office. Ah, ich bin bei dir! Ich bin hier! Bist du der Rucksack? Ja, ich bin der blaue Rucksack. Spring mal. Ja, ich kann nicht ganz springen hier. Ich bin auf jeden Fall hier oben. Guck mal, hier, zacks. Ey, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, ich glaube, es ist die Kugel! Das ist krass, ne? Das ist krass, das Verstecken, ne? Geh weg von mir! Geh weg bedürflich bei dir! Ich gehe jetzt hier oben. Wie unnötig ist es, dass ein Rucksack da oben ist? Ein Rucksack ist doch nicht da oben, Lumix. Runter! Aber eine Kugel, oder was? Ja, das ist Deko. Verfolg dich jetzt, derweg. Verfolg dich jetzt. Oh, da ist einer! Ja! Ja, ich werde nicht erwischt. Ah! Oh, Freeze! Freeze! Ja, du bist hier... Ah! Jawoll! Lumix wurde nämlich gefangen! Nur weil ich durchgelaufen bin, wurde ich einfach getrappt. Das kann nicht sein. Oh, das ist blöd. Aber ich lebe noch. Was ist Force Field? Was ist Force Field? Kraft, ey. Was macht das? Nun habe ich eine größere Range wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, aber ich wurde noch immer nicht gefangen. Oh! Xavier, das hat sich aber jetzt erledigt. Ich fange mich nämlich... Ich habe jetzt was richtig krasses gekauft. Damit kann ich jedes Item instant einfach hops nehmen. Äh... Ich habe mich nämlich gerade umverwandelt. Umverwandelt? Das bringt dir aber nichts. Weißt du, warum es denn ist? Warum? Weil du jetzt ganz genau wirst, wo du bist. Hä? Überraschung! Äh... Äh... Du bist das hier. Du bist das hier. Stehen bleiben! Äh... Stehen bleiben! Stehen bleiben! Das war es nicht, du! Du bist kein Ehrenloser! Oh mein Gott! Was habe ich gerade für einen Move gemacht? Wo bist du? Komm her! Nein, er hat mich gefunden! Nein! Aber trotzdem... Aber jemand anderes hat mich gefunden. Ich wurde eher gefunden. Also 3 zu 2 für dich, ne? 3 zu 2, Leute! Äh, Mann! Mann! Aber okay! Nächste Runde! Okay, nächste Runde neues Glück. Wir sind jetzt diesmal in einem Museum, ne? Äh... Uh, das sieht ja krass aus. Guck mal, wir sind so Steine. Bist du Gegenstand? Bist der hier, ne? Ich bin... Ich bin Gegenstand. Ich bin die Fackel. Ich bin beide, glaube ich. Ah, okay. Ich bin ein Stein. Ja, die Map ist voll schön. Ey, das ist hier nicht cool gemacht. Leute, ich gehe mal. Warte mal. Du bist ja der hier. Ich fühle dich jetzt an. Digga, kann... Ich bin nicht der da. Ich war ganz woanders. Aber kannst du auch für mich anzufupsen? Wo bist du? Ich will zu dir kommen. Ja. Ich bin versteckt und du weißt nicht, wo ich bin. Bro, du musst weg von mir. Ich chill nicht mit Noobs. Junge. Boah, aber hier jemanden, so finden das auch unheimlich schwer. Hier sind so viele Items überall, ne? Also ich bin ein Stein. Aber eine Fackel ist viel zu auffällig. Ich brauche ein anderes Item. Warte, ich switch kurz meinen Prop. Ja, change. Ich bin auf dem Stein. Ich bin ein Stein auf dem Stein. Oh, dann habe ich dich gesehen, bro. Ich call. Dann habe ich dich gesehen. Warte, warte, warte. Wo hast du mich denn gut hier gesehen? Ah, nein, oder? Nee. Ein Stein auf dem Stein. Ich dachte, du bist so ein Ei. Boah, ich habe ein übergutes Prop. Ich bin so ein Hammer, man. Er kennt mich fast gar nicht, bro. Okay. Ich call mir noch ein Slime-Trap, warte. Bist du nochmal bereit für ein Megafurz? Hör auf, mich anzupupsen. Leute, wie sich das auch anhört, ne? Das hört sich echt so an, als ob Blumex neben mir pupsen würde. Ey, was hast du für ein Item? Du bist ein Stein, sagst du, ne? Ja. Aber ich sag nicht, weil ich ja... Wo bist du? Wo bist du? Ich will dich finden. Ich will dich finden. Nein, mache ich nicht. Also, guck mal. Hier ist ein Stein. Du bist hier. Ja, genau, der bin ich. Oh, der wird fast Tops genommen. Genau, der bin ich. Genau, der bin ich. Ey, die Sucherin macht halt nichts, Digga. Die ist ja übel los. Hä? Freut mich? Also, ich bin hier am chillen. Ich genieße es. Oh, es sind... Warte mal, sieben Stücke noch. Leute, ich glaube, diese Runde gewinnen wir. Ja, die können wir easy rum. Die Frage ist nur, wer fliegt eher raus. Ja. Was bist denn du? Eine Fackel, ne? Ne, ich bin ein Hammer jetzt. Ja, okay. Hammer ist gut. Hier ist so ein Horn, was sich bewegt. Ey, bei mir waren noch... Oh, jetzt... Ah, jetzt... Guck mal, jetzt sehe ich welche. Komm, welche? Ja, bei mir waren welche. Ich habe jetzt wieder weg. Ey, Junge, hörst du auf zum Pupsen, bitte? Ich kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit hier rum... Ich will dich finden. Wo bist du? Oh, du legst einen Haufen überall hin. Mein Gott, bei mir ist eine... Diese Merlina ist bei mir, dieses Mädchen. Oh, das Mädchen ist weg, Freunde. Zwei Minuten noch. Nein, 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 nein. Ah, Speedboost. Ah, Speedboost. Okay, der Propjump ist in sieben Sekunden. Das heißt, die Props jumpen, glaube ich, dann automatisch. Warte. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe Glück gehabt. Bei mir war keiner, wo ich gejumped bin. Oh, Leute, ich habe so ein Glück bei mir. Ey, bei mir kriegt mich niemand. Digga, du sagst mir jetzt, wo du bist, Seville. Komm. Nein. Komm, ja, Bro. Was soll ich dir erklären? Ich bin in einem Dschungel. Ja. In einem Dschungel. Toll. Ja, neben einem Dinosaurier. Auf dem Stein, auf dem Stein. Guck mal. Oh, oh, oh. Was bist du denn? Oh, ich muss mich... Oh, nein. Geist, Geist. Ein Geist. Bei mir, okay. Die haben bei mir jetzt... Die suchen jetzt bei mir. Das heißt... Du bist in der Area. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich weiß es. Bei mir sind gerade drei Leute. Drei Stück. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich muss freeze. Freeze. Ich habe alle gefreezt. Ja. Ich habe alle gefreezt. Das war richtig stark. Das war richtig stark. Jetzt sie durch. Jetzt sie durch. Jetzt sie durch. Versteck dich. Hier. Nein. Wie raus. Wo bist du? Nein. Ja. Direkt neben mir ist einer. Oh, warte. Er chillt an der Pflanze. Ich sehe dich. Ah. Bro. Er hat einen. Slime. Oh. Lumex ist da hinten. Oh. Oh. Das wird so knapp, Leute. Das wird so knapp. Der will mich Hobbs nehmen. Der will mich Hobbs nehmen. Ah. Nein. Du kleiner. Du kleiner 31er, Digga. Leute. Wer hat die Runde gewonnen? Aber vielleicht gewinnt ich ja komplett. Lumex, wie wärst du nochmal ohne Hex gewinnst? Nimm dich Hobbs. Du bist irgendwo hier. Ich weiß es. Nimm dich Hobbs. Aber ich spiel mal ohne Hex. Okay? Gar nichts. Ey. Du liegst mit zwei Punkten vorne, Digga. Nein. Ich wurde getroffen. Nein. Aber du bist wieder später rausgeflogen als ich, Mann. So sieht's aus, Freunde. Aber ich hab gewonnen. Ey. Pass auf, Savvy. Wir machen die, okay? Wir machen eine Entscheidungsrunde, okay? Die wird jetzt alles entscheiden. Ja, okay. Die letzte Runde. Ja, ich bin dabei. Entscheidungsrunde. Immer dabei. Immer dabei. Immer dabei. Ich bin dabei. Ja. Let's go. Okay, Savvy. Du hast dich drauf eingelassen. Entscheidungsrunde. Das heißt, jetzt ist Entscheidungsrunde, Bro. So sieht's aus. Es geht um 1.000 Euro. Es geht um 1.000 Euro. Und ich sag euch so, wie es ist, Freunde. Ich guck jetzt mal, wo ich hingehe. Wir haben noch 15 Sekunden Zeit. Was bist du denn? Suche oder Gegenstand? Ich bin Bro. Ich bin Gegenstand. Okay, Leute. Ich glaube. Guck mal. Hier ist ganz gut. Warte mal. Guck mal. Ich glaube. Guck mal. Kann ich irgendwie in die Ecke? Bro, ich kaufe. Warte. Okay, ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken, Leute. Du bist der Anker hier. Du bist der Anker hier. Nein, ich bin realtor kein Anker, Bro. Du bist kein Anker. Nein, ich bin eine Kiste. Eine Kiste? Ich bin diesmal eine Kiste. Ja, ich bin eine Kiste diesmal. Ja, ich furzt erst eine Runde hier, ne? Wow. Aber jetzt bist du weit weg. Ich habe den Furz gehört, aber du bist richtig weit weg. Ja, also ich kaufe mir auf jeden Fall wieder hier erstmal alle Gadgets, die ich hier abbauen kann. Weil Entscheidungsrunde darf ich nicht verlieren, Bro. Darf ich nicht verlieren. So, dann gucken wir mal, was passiert hier, Freunde. Also, ich glaube, wie viel steht es denn? Vier, zwei? Ähm, naja. Ja, leider. Okay, lass uns mal was spannend zu machen. Lass uns mal wirklich treffen, Digga. Wo bist du? Ja, okay. Ja, wie soll ich es dir erklären? Ähm, ich bin eben... Bist du eine Kugel? Ja, ja. Ja, komm her. Komm mal, ich spring hier. Ah, du bist hier? Hallo? Junge, boge hier weg. Hallo, hier. Kommt hier. Oh, hör auf. Kommt hier. Hier bist du hier. Komm, hier ist jemand. Hallo. Hör auf. Die Leute kommen und erwischen mich jetzt wegen dir. Ja, das ist doch gut. Bleib ruhig da. Ich lockere ihn zu dir. Leute, wenn Lumex das macht. So. Oh mein Gott. Ich hau einfach ab, dann weißt du nicht, wo ich bin. Ey, er holt... Oh Mann, er holt halt echt die Läufe. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt, die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Die muss. Ah, ich habe gefreest. Ich habe sie gefreest. Okay, schnack, das war tatsächlich das Spiel mit dem Spiel. Ich komm dir nachher, ich komm dir nachher, Bro, hallo, hallo. Ey, hör auf! Ey, hör auf, bitte hör auf, Lumix. Ich mach mich so im Geist, wie unsichtbar. Ja, wie unsichtbar. Ja. Lumix, hör auf. Das lustige ist, du weißt ja nicht, wo ich bin. Wenn ich dir jetzt sag, dass ich in dir bin... Nee, aber du weißt... Ey, du bist so ein... Ey, hör auf, du kannst du dich unsichtbar machen und dann dich wieder enttarnen. Die Leute wissen doch da, wo ich bin. Oh nein, prop jump. Nein, nein, kein prop jump, bitte. Prop jump. In 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott, okay, bei mir war niemand. Bist du hier unten die Kiste, ja, ne? Ja, ich bin da unten die Kiste, ja. Nein, das ist die gleiche Kiste. Ich bin die Kiste, ja. Ich bin die Kiste, er hat mich verloren! Du bist irgendwo anders. Ich versteck mich jetzt hier. Oh mein Gott, Lumix kann jetzt nichts mehr machen, ne? Ey, Bro, es gibt 5 Verstecker sind noch übrig. Nein, 4. Oh mein Gott. 3! Es waren richtig viele gefunden gerade. Ey, es sind nur noch wir zwei gleich da. Ich weiß, du bist aber auch irgendwo hier unten. Bist du One-Shirt auch? Ich hab nur noch einen Halteser. Nein, ich bin One-Shirt, nein! Ja! Bro, die hat irgendwas gekauft! Die hat irgendwas gekauft! Die hat irgendwas gekauft! Die hat irgendwas gekauft! Das gibt's nicht! Ja, 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 ja. Bro, die ist noch immer hinter mir! Bro, die ist noch immer hinter mir! Ja! Ah, hier ist einer! Hier ist einer! Nicht gut! Nein! Ja! Raus mit dir! Bro, die kommen alle mir hinterher! Das gibt's doch nicht! Ja! Ja, 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 ja! Bro, die kommen alle mir hinterher! Entscheidungsrunde, raus mit dir! Raus mit dir! Raus mit dir! Bitte, 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 bitte! Ich seh' dich, ich seh' dich, die sind alle hinter dir, die sind alle hinter dir, oh mein Gott, freeze, ich freeze für uns, ich freeze, nein, ich wurde gefunden, ich hab alle gefühst, ich verpiss mich, ja, tschüss, ich wurde gefunden, ich wurde gefunden, tschüss, haut rein, ja, aber Bro, ich sag' dir ehrlich, ist unentschieden an Wendern heute, hä, nein, ich hab' gesagt, Entscheidungsrunde, guck mal, hier oben siehst du mich hinter dir, guck mal, hier oben, wo bist du, wo denn, ich springe, hinter dir, guck dir, ich seh' dich nicht, hinter dir, hinter dir, Bro, hier oben, auf dem, hinter dir, hier, falsche Richtung, genau zurück, ich will dich nicht umspringen, hier oben, ich seh' den, ich will dich hier hochkommen, Bro, wir talk, jetzt furzt er wieder rum, aber ich find' dich echt nicht, wo bist du? Hier oben, Bro, ich springe doch hier, warum seh' ich ihn nicht, ich laufe ganz in die falsche Richtung, ich bin doch hier hinten, da, in der anderen Ecke, hier oben, auf diesem komischen Pilz, hier, ja, komm hoch, hä, komm hoch, brauchst du dich, brauchst du dich nicht, ja, 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 oh mein, Gott. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott. Ja, Leute, ich sag mich aber ehrlich, mit ganzen Punkten hab ich eigentlich gewonnen, aber gut. Er ist 1.000 Euro bitte einmal auf meinem PayPal-Konto. Ja, ja. Es ist leider wieder Zeve mit am Start. Lava, Lava, Lava. Oh, das Lava, Lava, Lava. Juri, auf mit Sing, Zeve. Wir müssen ausreißen von der Lava, Junge. Ja, aber wohin? Ja, keine Ahnung. Ich glaub, wir müssen da hoch. Denn, Leute, wir spielen heute einfach der Fluss. Lava, Bro, hörst du das? Hey, ich muss da hoch! Bro, renn! Schneller! Beeil dich, bitte, beeil dich. Oh mein Gott. Junge, hör auf mir ins Gesicht zu rufst. Guck mal, guck mal, guck mal, die Lava, die kommt schon, Bro. Oh mein Gott. Renn, 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 schnell, 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 schnell. Bitte beeil dich, bitte beeil dich. Ich hab so Angst vor Lava. Ihr könnt das sehen. Ja, Bruder, denkst du, ich hab keine Angst? Guck, wie schnell die steigt, Alter. Nein, du hast ja keine Angst. Du willst doch verbrennen. Ich werd nicht verbrennen. Ey, die ersten sterben schon. Komm, komm, komm. Ich bin gleich oben. Ich bin gleich oben. Also, ihr merkt, Leute, wir müssen hier richtig weit nach oben rennen, weil die Lava quasi immer steigt. Und es hat heute der gewonnen, der quasi zuletzt hier stirbt. Und das Ding ist, wir spielen wie immer um 1.000 Euro. 1.000? Ich hab aber grad nicht so viel, Leute. Ja, da musst du dir Geld auch sein bei der Bank. Ist mir auch egal. Okay, Leute, ich hol mir jetzt Geld bei der Bank, wenn ich das verlieren würde. Aber ich hätte es auf jeden Fall gewinnen. So ein Ding ist. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ähm, ähm. Ja, was machen wir jetzt? Bro, ich glaube... Bro, du bist grad so hochgesprungen. Ich war grad auf deinem Kopf. Was, auf meinem Kopf? Ja, guck mal. Spring mal. Äh. Oh. Warte. Wir haben überlebt. Ich glaube, wir haben die erste Runde gewonnen, Seville. Wir haben überlebt, Bro. Oh. Da bin ich froh. Hey, aber du bist so hochgegangen. War das ein Wack? Hey, ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ganz kurz gemutet. Ey, ich hab mir gerade das allererste Prank-Item gekauft, und zwar ein Chat-Pack. Wir haben aber schon gewonnen. Das ist nicht schlimm. Wir werden den Chat-Pack jetzt einfach gleich in der nächsten Runde ausprobieren, weil wie immer werden wir ein bisschen cheaten, um zu gewinnen. Ich hoffe, Seville wird das nicht merken, Leute. Ich würde sagen, ich ermüde mich jetzt schnell. Und dann gewinnen wir die nächste Runde. Hey, Seville! Ich bin grad durch den Tunnel. Bro, ich kann grad nicht reden. Ich höre dich nicht. Ich bin grad durch den Tunnel durch. Ähm, ja. Also, du hast ja gesehen, wir haben die erste Runde gewonnen gerade. Super easy. Ja, beide tatsächlich sogar. Ja, ähm, aber du siehst, wir sind in der nächsten Runde schon direkt jetzt hier, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich bin schon richtig weit oben. Bist du schon oben? Ich bin fast oben schon, ja. Okay, also aktuell steht's ja 1-1. Für jeden gibt's einen Punkt. Ich würde sagen, wer nach 20 Minuten mehr Punkte hat, hat gewonnen. Seville, kommst du mal nach oben? Ich warte hier schon auf dich. Du bist doch hinter mir. Ich hab dich doch grad vorhin gesehen. Du bist irgendwo hinter mir, oder? Was? Nein, ich bin hier oben, Seville. Hier, guck doch. Äh, wo denn? Ja, hier. Siehst du mich? Ja. Bro, ey, hast du einen Geheimgang gefunden? Ja, da war so eine geheime Leiter. Hast du die nicht gesehen? Ach, nein. Ja, okay, GG, Bro. Du hast Geheimleiter gefunden. Aber wo ist denn die? Äh, ja, die ist irgendwo da unten. Hast du's nicht gesehen? Nee, Mann. Ja, egal. Egal, GG, Leute. Blumex hat's auch geschafft, aber wir sind auch oben. Nächste Runde. Nächste Runde? Oh, das war echt schon schwer, muss ich grad sagen, Bro. Ja, das war easy. Das war easy, Freunde. Bis jetzt steht's 2-2. Ja. Und, ähm, wenn ich gewinne, sollte ich nicht 1.000 Euro. Hm, was wird schmecken? Ja, ich, ich freu mich auch. Ich freu mich schon auf meine 1.000 Euro. Okay, Leute, ihr seht, ich hab mir grad direkt das nächste Prank-Item gekauft. Aber es war leider schon die Zeit vorbei. Wir haben uns schon qualifiziert. Aber wir sind in der nächsten Runde und diesmal müssen wir hier... Es wird immer schwerer. Guck mal, okay. Ich würd sagen, Leute, ich guck mal ganz schnell, ob wir uns aus dem Shop noch irgendwas Neues kaufen können. Wir können zum Beispiel... Oh, Adman-Befehle kaufen. Oh mein Gott, Leute. Wir können uns noch so krasse Sachen kaufen. Ich würde sagen, das machen wir später gleich. Aber wir kaufen uns erstmal den Sprint, dass wir schneller laufen können. Wir müssen das immer natürlich richtig krass abziehen. Jetzt haben wir uns das gekauft und ich glaub, jetzt können wir hier schon mal ein bisschen schneller laufen. Oh mein Gott, ja! Oh, guck, ich hab hier laufen können, Leute. Aber okay, ich würd sagen, wir rüsten unser Chat-Pack aus, Leute, und fliegen wieder nach oben. Alter, warte. Der war so knapp grad. Der war so knapp grad, der Sprung. Äh, nein! Oh mein... Ey, Seville, wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Bro, äh, ich bin gleich... Ich bin an so einem Baum, wo ich die ganze Zeit springen muss. Und das ist übel schwer. Also das ist das Schwerste von allen Grad. Bro, bist du noch nicht oben? Nein. Guck mal, die Lava kommt schon, Bro. Warte. Ey, Leute, ich muss kurz konzentrieren. Bro, ich weiß nicht, ob ich schaff, aber... Bro, ich weiß nicht, ob ich schaff. Bro, mach ein bisschen schneller. Ich warte hier schon auf dich. Oh! Oh mein Gott! Bitte, bitte, bitte! Bro, Seville, du musst ein bisschen aufpassen. Hier sterben grad ein paar Spieler die ganze Zeit. Ja, aber ich nicht. Ich bin oben. Oh, ich bin oben. Seville, bleib stehen! Nicht bewegen, Bro! Bro, nicht bewegen! Nicht bewegen! Die Lava kommt, nicht bewegen! Okay, ich bleib... Okay, ich bleib... Äh, okay. Was war... Hä? Hä? Du willst... Du willst mich abschießen! Nein! Du willst mich... Du willst mich abschießen! Nein, Bro! Ich weiß... Jürgen, du hast einen Jetpack! Den hab ich gefunden! Den hab ich gefunden, Bro! Warum hast du einen Jetpack? Ja, von hier! Hör auf! Oh mein Gott, bist du trotzdem weitergekommen? Du kleiner, ekliger Spieler! Du bist nicht weitergekommen, du Idiot! Die Runde ist vorbei für dich! Wie jetzt? Du bist der Lombi, du bist tot! Aber... Aber warum bin ich tot? Ich bin doch weitergekommen! Du bist nicht weitergekommen... Bruder, die Runde läuft noch! Ja, aber warum bin ich jetzt gestorben? Du... War ein Bug oder so, Bro? Also steht jetzt 3 zu 2 für mich, ne? Ja, ich bin rausgeflogen! Bro, du hast mich abgeschossen! Was für ein Bug! Ich hab dich nicht abgeschossen! Was laberst du? Digga, das zählt nicht! Das zählt nicht! Du musst... Na... Digga, du schiebst mich ab! Das... Hä? Wen willst du jetzt hier hops nehmen? Was laberst du, Serville? Ich hab dich nicht abgeschossen! Du hast dich gerade abgeschossen! Du bist aus der Runde rausgeflogen, ne? Na, Serville, laber mal jetzt nicht so ein Kack hier, Digga! Also... Ist das du den Punkt und ich nicht? Bro, guck mal lieber, dass du hier die nächste Runde gewinnst, Digga! Hier, guck mal! Hier ist... Wir müssen jetzt diesmal auf so ein Gebäude hoch! Schau mal! Äh... Also, ich sag dir so, ich war oben, ich hab die Runde gewonnen, es zählt trotzdem als Punkt und ich muss nicht zuschauen, du Blödmann! Hä? Du bist schon wieder weggepackt! Kann das sein? Bro, was für weggepackt ist bist du! Bist du wieder in der Lobby, Bro? Ich bin in der Lobby! Hey, jetzt steht's ja schon... Jetzt steht's ja schon viel zu zwei für mich eigentlich! Nein, steht's nicht! Natürlich! Du musst es selber erstmal schaffen! Ja, Bro, als wenn ich das jetzt nicht schaffe... Oh, oh, die Lava kommt, Bro! Obby gibt extra Punkt! Obby gibt extra Punkt! Ja, ist hier gut, Saville! Beruhig dich hier, Kleiner! Ich hol das Ding nach Hause! Mach dich mal hier nicht jetzt hier! Obby gibt extra Punkt! Deswegen mach ich jetzt hier den Obby! Okay, jetzt red nicht so viel! Du bist raus, Saville! Ja! Warum bin ich raus, Freunde? Warum bin ich raus? Äh... Ja, aber du ausgeflogen bist, hä? So, ich hab jetzt den Obby hier geschafft, gleich! Ja, Obby hin oder her! Ja... Oh, ich hab den Obby geschafft! Ich hab Punkt! Oh, 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 Bro! Die Lava kommt, die Lava kommt! Wo fliegst du raus? Lou, Max, raus! Lou, Max, raus! Lou, Max, raus! Lou, Max, raus! Raus mit euch! Hä, warum fliegt der nicht raus? Nein! Bist du draußen? Äh, nö, noch nicht! Ich schau... Ich kann doch sprinten! Ich schau dir jetzt, du... Hä, warum bist du so schnell? Ich kann dir zuschauen, das weißt du schon, ne? Äh, ja, ich... Du kannst einfach sprinten, Bro, hä? Wusstest du's nicht? Auf welcher Taste? Äh, ja, Shift hast du halt, ne? Okay, probier... Bro, warum hast du den Jetpack? Hä, Bro, den hab ich gefunden, Digga, was hast du denn? Kann man hier Items aufsammeln, anscheinend? Ja! Du schießt die Leute ab, du Assi! Nein, das war ich gar nicht! Wie... Digga, was lagerst du? Ich schieß keine Leute ab, Bro! Das geht gar nicht, was... Alter! Alter, bist du ein E... Ah! Seven, nächste Runde hab ich gehört! Okay, Leute, es geht jetzt so in die nächste Runde rein. Und ihr seht unten, ich hab mir weitere OP-Items gekauft. Ich hab gerade für 2000 Euro Bucks mir so einen richtig krassen OP-Handschuh gekauft. Und auch mal so einen Greifhaken. Das werden wir gleich alles ausnutzen, um Seven hier richtig krass zu pranken. Deswegen schaut bis zum Ende. Ich würde sagen, ihr seht, hier unten ist jetzt gleich die nächste Map ready. wo die Lava gleich steigen wird. Ich würde sagen, wir muten uns schnell. Und wo es geht? So, Seven, es steht immer noch 4 zu 2. Bist du bereit für die nächste Runde? Es steht 4 zu 3, weil du einmal jemanden abgeschossen hast. Junge, was laberst du über die Außenweg, Junge? Ah, have a great time. Ist das gerade dein Ernst? Ist das gerade dein Ernst? Ich schnick jetzt raus. Was hast du da wieder gekauft? Was war das? Was war das? Hä? Bro, ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Ich geh jetzt raus, vielleicht wegen dir. Ich geh jetzt raus. Oh mein Gott. Ich spiel nicht mehr. Ich bin raus. Nein, ich spiel nicht mehr. Warum warst du so weit hinten, Bro? Warum ich so weit hinten war? Ja, wegen dir war ich so weit hinten, weil du mir einfach nur kurz einen Punch gekriegt hast. Ähm. Seville? Was willst du? Wie war dein Tag heute so? Nicht so gut. Ich wurde geboxt. Ja, meine ganzen Sachen sind wieder weg. Womit ihr mich eigentlich verabschiedet? Ähm. Ja? Sonst so weit? Ja, das ist gut, Seville. So, also, so. Nein, bei mir ist nichts gut. Und ich sag dir, wie es ist, wenn du das gewinnen solltest, dann war es das für dich, weil es zählt nicht. Also, guck mal, du bist ja eher rausgeflogen als ich, von daher... Weil du mich gepuncht hast. Du hast mich rausgekickt. Du hast mich rausgeboxt. Hallo? Hä, hab ich gar nicht. Nee, überhaupt. Nee, äh, äh, äh. Leute, er hat mich nicht geboxt. Er hat mich nur gestreichelt. Danke. Ja gut, Seville, ist ja egal. Ich meine, es geht ja nächste Runde jetzt hier rein, siehst du, ne? So, ich geh jetzt hier in den Schloss rein. Und wenn, wenn ich sie... Ey, ich hau jetzt ab vor dir. Ich hau jetzt ab vor dir. Ich bin erster grad. Leute, ich bin erster. Schnell die Treppe hoch. Weg von Lumex. So. Komm, 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 komm. Digga, Seville, ich seh, du bist echt... Ich bin oben. Ich bin oben. Hey, ich kann das nicht mehr! Juri! Die ganze Sache sind schon wieder weg. 1.500 Robux für gar nix. Du hast also Sachen gekauft, hä? Du hast... Du kleiner... Du kleiner, blöder... Spieler. Seville, ich weiß gar nicht, was du machst. Ja, okay, guck mal, jetzt steht es... Äh... 4 zu 3 für dich. Ich bin... Ich bin weitergekommen. Du bist rausgeflogen. Nein, jetzt steht es 4-4. Du kriegst doch keine 2 Punkte auf einmal. Was laberst du? Der Punkt... Es stand 4-3, weil der Punkt abgezogen worden ist wegen der Pistole. Nein! Du hast dich abgeschossen. Mit dieser roten Hyperpistole. Denkst du, ich bin blöd? Äh, nö. So, es steht 4 zu 4. Ja. 4 zu 4 steht es. Jetzt mal gucken. Ja, guck mal, Seville. Guck mal, du siehst, neue Runde hat gestartet. Ciao, ich geh schon direkt weiter. Okay. Schnell, 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 Leute. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott, was ist für eine krasse Pyramide hier. Ich geh wieder boxen. Was? Lumix ist wieder ein Schläger. Junge, was laberst du, Seville? Leute, Lumix ist ein Schläger. Ich glaub's nicht. Egal, ich geh... Ich spiel... Ey, 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 ey. Okay, okay. Du kleiner. Du kleiner. Warum bist du denn so weit unten, Seville? Die Lava kommt. Du kommst nicht hoch. Du Idiot. Leute, oh mein Gott. Leute, bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben irgendeine komische Pyramide hier, ne? Bitte nicht. Äh, äh, hallo Lumix. Äh, bro. Wir können das klären. Wir können das klären. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Komm her, Seville. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ey, nein, nein, nein. Ah, mein Teppich. Mein Teppich. Ey, ich bin old man. Zeig mich, du stirbst. Zeig mich, du stirbst. Mein Teppich ist so kacke. Leute, du bist jetzt gestorben. Er steht... Okay, dann offiziell steht's jetzt 4 zu 4. Äh, bro, 4 zu 4? Was ist da los? Äh. Freu dich nicht zu früh, Seville. Die nächste Map startet nämlich gleich schon, ne? Leute, ich hab aufgeholt. Ohne irgendwelche blöden Tricks. Mal wieder. Ja, das ist ja sehr schön für dich. Ich freu mich für dich, Seville. Digga, Leute, ne? Ich kauf jetzt das fünfte Mal diesen Handschuh. Man muss das jedes Mal neu kaufen. Mach das bitte nicht nach. Das kostet jedes Mal 1.000 Euro. Aber ich werd das so lange kaufen, weil wir müssen die Runde gewinnen. Aktuell steht's 4 zu 4. Aber ich würd sagen, die nächste Runde gewinnen wir auf jeden Fall. Das verspreche ich euch. Wir kaufen uns den Chatpack auch nochmal. Dann können wir nicht mehr verlieren. Aber bitte macht das nicht zu Hause nach, okay? Rein geht's in die nächste Runde. So, Seville 4 zu 4. Wir sind wieder in der Lobby. Aber du siehst, oh, die nächste Lab wird grad bereit gemacht. Bist du bereit, Seville? Ich bin bereit. Und ich bin auch schon oben. Oh, das ist jetzt mit so einer Brücke und so, okay? Oh nein. Leute, ihr habt's gehört. Hey, Digga. Kannst du mal bitte aufhören, die Leute zu boxen? Bitte. Ich boxe niemanden, Bro. Ich frag mich aber, wo du bist. Warum bist du noch nicht oben, Bro? Ich bin gleich oben. Ja, guck mal, hier ist... Du siehst ja, das ist so eine krasse... Äh, ich weiß... Äh, warte mal, Leute. Äh, ich bin kurz gemutet. Einen Moment, danke. Hä? Seville, komm her! Wo ist der? Er ist da oben. So, wieder da. Yo, Seville, was geht? Alles gut bei dir? Yo, bei dir? Ja, ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Ja, willst du nicht nach oben kommen? Nee, keinen Bock. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Kom hier, Seville! Oh, mein Gott. Ich bin... Leute, ich bin so knapp vom rausfliegen grad gewesen. Oh, mein Gott. Ja! Es reicht. Nein, ich bin raus. Bro, ich bin raus aus dem Video. Du kannst alleine aufhören. Nein, ich bin jetzt draußen, ohne Spaß. Ich hör auf. Leute, ich hör auf. Lumex kann alleine spielen. Ich bin raus. Nein, ich hör auf. Nee, 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 da geh ich aber jetzt 1.000 Euro, Bro. Nee, weil du hackst. Ich geh raus. Bro, da geh ich jetzt aber 1.000 Euro. Nein, ich geh raus, du hackst. Ich hack nicht, was laufest du? Ich hack doch gar nicht. Und wo hast du dann deinen Handschuh? Ich seh doch rechts hier Infinity-Handschuh. Wie viele Robux kostet das? Du hast das für 1.000... Oh mein Gott. Bro, ich hab gar nicht so viele Robux. Ich könnte noch nicht jedes Mal 1.000 Robux ausgeben, Bro. Äh? Also, ich sag euch, wie es ist. Du bist... Das ist das letzte Video, was ich mit dir mach. Bro, guck mal, lieber, dass du hier hochkletterst, wofür die nächste Lava kommen, die dich wieder aufwiss hier. Aktuell steht es nämlich 5 zu 4 für mich. So, ich bin oben. Sag, wo bist du denn überhaupt? Hä, du, Bro, du bist unten. Was laberst du? Ich bin hier oben. Guck mal, wie er mich wieder boxen will. Komm doch her. Oh, den hat's nach unten geballert. Mach wieder jemanden an, der unten geboxt, ne? Du Kleiner. Komm doch her. Komm her, Seville. Ich eh nicht. Du erwischst mich nicht. Ja, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ey, Junge, ich krieg fast Euro. Du gehst nicht. Nein, nein, kriegst du nicht. Hä, Bro? Ich mach nicht mehr mit. Bro, ich mach nicht mehr mit. Du verarschst mich die ganze Zeit. Du nimmst mich hops. Ich nimm dich nicht hops, Bro, aber die Lava kommt halt. Da kann ich ja nix für, Bro. Digga, hör mal auf jetzt mit der Kacke die ganze Zeit, Digga. Nein, Leute, ich sag euch, Street Talks letzte Video, was ich mit Lumix mache. Das reicht, Digga. Hä? Nee, reicht, 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 es reicht. Bro, du machst die ganze Zeit faxen. Ich will mit dir mal normal aufnehmen. Real Talk. Einfach nur, Flo ist Lava. Bro, du kaufst wieder irgendwelche Sachen, wo ich halt nicht mache und so gewinnst du. Bro, du checkst es nicht. Wir sind hier alleine auf einer Insel, wo die Lava steigt. Was für alleine? Hier sind 20 andere Leute. Ja, und das Ziel ist es nicht, in die Lava reinzufahren, aber du fällst ganz halt rein, Bro. Ist ja nicht meine Schuld. Natürlich ist es deine Schuld, weil du nicht gehst. Guck mal, jetzt hier. Guck mal, hier ist so eine Rainbow-Treppe. Das wirst du ja jetzt wohl hinkriegen, hoffentlich, oder? Was wir wohl hinkriegen? Ich habe alles hinbekommen, nur weil du mich die ganze Zeit umgeboxt hast, Digga. Hör mal auf jetzt. Was meinst du, Bro? Ich bin, wenn wir mal fair spielen würden, ohne Robux auszugeben, dann würdest du jede Runde verlieren. Hä? Natürlich. Also jetzt übertreibst du ein bisschen, Saville. Doch. Ich bin's leid, das letzte Video, dass ich dabei bin. Komm doch erstmal nach oben jetzt, Saville. Nein. Ja. Wahrscheinlich bist du... Du, Max, weg. Was? Hä? Ich mache doch gar nichts. Ich laufe nur noch nach oben, Bro. Weg. Bro, Lava, komm, du musst schneller laufen. Lauf nach oben. Guck, so sprinten musst du, so. Ja, ich kann halt leider nicht sprinten. Ich habe keine neuen Nike-Schuhe. Tut mir leid. Hey, das ist ja voll. Ich habe noch alte Schuhe. Das ist ja voll langweilig dann, Bro. Ja, dann bleib da oben und lass mich bitte in Ruhe, weil ich will jetzt hier den Punkt machen. Ja, dann mach doch den Punkt, Bro, aber nicht runterfallen. Es reicht. Ich bin rein. Ja, Leute. Ich rede ab jetzt nichts mehr. Bro, warum bist du runtergefallen? Ab jetzt kein einziges Wort. Ab jetzt. Bro, es steht 6 zu 4 für mich. Warum fällst du runter? Du bist halt so kacke, Saville. Er sagt einfach wirklich nichts mehr. Du bist ja so kacke, Junge. Letzte Runde. Wenn du jetzt nochmal was machst, lief ich den Discord. Bro, ich mach nichts. Letzte Mal. Letzte Mal. Und ich bin raus. Verstanden? Ja, ist doch okay, Saville. Ich mach doch gar nichts. Deine Eltern, dass du in Roblox Leute hops nimmst. Ich petz deine Eltern. Bro, ich mach doch gar nichts. Nein. Ich petze deinen Eltern jetzt. Ich ruf jetzt deine Hammer an. Aus mit euch. Tschüss. Tschüss. Er boxt jeden um. Tschüss. Aus mit euch. Er boxt jeden um. Wie assi willst du sein? Ja, Bro. Ich hab halt einfach einen coolen Handschuh, ne? Ja, mega. Tschüss. Tschüss. Ich hör, ey Junge, ich hör nur, dass Leute umgeboxt werden die ganze Zeit. Raus mit ihr jetzt hier. Saville. Ähm, wie gesagt, ne? Sechs zu vier. Überlebende Lumex. Die nächste Runde. Also Saville, ich sag's nochmal. Wer jetzt klein, wenn die Zeit um ist, und wer mehr Siege hat, der bekommt tausend Euro vom anderen, ne? Das weißt du ja. Haben wir abgemacht mit Hacks, ohne Hacks. Also du kriegst gar nichts von mir. Ich hack, ich hack nicht, Bro. Guck mal, kannst du eine Runde spielen ohne Hacks? Geht das? Eine einzige? Okay, okay, ich mach jetzt wirklich nichts, okay? Versprochen. Versprochen. Ja, hör auf. Versprochen. Oh, was ist das jetzt? Roblox-Typen sind das hier, ne? Boah, das sind so Roblox-Skins, ne? Wo muss man lang, Bro? Wo muss man lang? Ah, hier hinten. Schau. Bro, wir sind genau nebeneinander. Bitte mach nichts. Ich mach nichts, Bro. Ich mach wirklich nichts. Mach eine... Kannst du eine Runde mal nichts machen? Ich mach nichts, okay? Ich mach wirklich nichts. Und... Ähm, Saville? Bist du... Ich bin runtergefallen, weil ich weg von dir wollte. Wie, du bist runtergefallen? Ja, Bro, weil du wieder deine Boxhandschuhe in der Hand hattest. Ich hab's doch gesehen. Hä? Ich hab keinen Boxhandschuh gehabt. Nee, gar nicht. Ich höre gerade wieder nur Boxen, Leute. Es werden nur Leute umgeboxt. Ja, also... Bro, das war ich jetzt aber jetzt wirklich nicht. Ja, und wer dann? Wer gibt außer du Robux hier gerade aus? Niemand. Bro, wenn du da warst, kann ich wieder, dass du runterfließt, hä? Also, wenn du mich unboxen wolltest. Guck mal, guck mal, Leute, da unten. Wie eklig er spielt. Hä? Was ist denn? Ich mach doch gar nichts, Bro. Jetzt alle auf einmal... Digga, Alter, du Boxi... Zeig nicht, du hast als Einzige jetzt überlebt. Nee, oder? Nee, nee. Oder gibt's noch einen anderen? Mal gucken jetzt, was da steht. Die überlebende Einer. Oh mein Gott, du bist ja so eine... Das gibt einen Extrapunkt. Das heißt, steht jetzt 9 zu 4 für mich. Das gibt keinen... Junge, du erfindest wieder neue Regeln, Leute. Bro, wenn man als Einziger überlebt, gibt's einen Extrapunkt. Hä? Letzte Runde bei mir, danach bin ich raus. Ich hab keine Lust mehr. Leute, ich zeig... Guck mal, was hast du jetzt wieder? Ey, gar nichts. Wehe, du schießt mich ab. Guck mal, ein ganz normales, hübsches Haus, Bro. Du musst nichts anderes machen, als einfach nicht in die Lava reinzufallen, okay? Ja. Ey, das ist so krank. Warum bist du umgefallen, Seville? Ja, warum wohl? Weil du mich wieder geboxt hast mit deinem... Digga, hör doch auf, hier. Seville, was falt doch die ganze Zeit runter, Digga? Was machst du denn? Guck mal, wie er mich erwischen will. Guck mal, wir klintern jetzt hier aufs Dach hoch. Nicht runterfallen, bitte, okay? Seville, was machst du da unten? Die Lava kommt, hallo. Leute, das war's von mir. Ich bin raus. Ich, ich... Das war das letzte Video, wo ihr mit mir ein Lumex seht. Bis dann und... Hey, 1000 Euro, hallo. Bis dann und... Ciao, ciao. Nein, ich krieg 1000 Euro. Hey, Leute, ich bin drunter. Die Lava gefüllt, meine ganzen items sind wieder weg. Digga, ich kauf mir jetzt zum zehnten Mal diesen Handschuh. Ja, warte, Seville ist noch drin, Leute. Seville ist nicht raus. Hier, guck, er ist drin nächste Runde, Leute. Ich werde ihn wieder rausboxen. Warte, 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 er ist drin. Äh, Seville? Ja, was denn? Nee, ich spiel grad alleine. Ich spiel grad nicht mit dir. Ich bin an Reserve reingegangen. Ja, ich bin an Reserve reingegangen. Wolltest du nicht raus, Bro? Ich bin ein anderer Server. Der Modus macht nur so viel Spaß, dass ich ohne dich spiel. Ich spiel jetzt ohne dich. Aber du bist nicht verleichterweise auf so einer blauen Treppe gerade irgendwie, oder? Ja, warum? Sag nicht, du bist mir reingejoint. Sag nicht, du bist... Nein, ich bin nicht hier. Er ist mir reingejoint. Bro, das bist doch du. Das ist doch dein Skin. Bro, es steht 9 zu 4. Du musst ein bisschen aufholen. Er ist mir reinge... Guck mal, die fallen mir wieder alle runter, Bro. Guck mal. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ups, 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 ups. Ey, Bro, komm, Seville. Also, guck mal. Wir können Deal machen. Was für ein Deal. Ähm, also, ich hab wieder als Einziger jetzt überlebt hier tatsächlich. Ja, weil du dich nur unboxst. Guck mal. Es steht ja jetzt... Wir machen 1 Punkt 10 zu 4. Ich würd sagen, komm, wir machen... Wir machen eine letzte Runde jetzt. Die Entscheidungsrunde. Ich geb dir jetzt die Möglichkeit, wenn du diese Runde jetzt gewinnst, Seville, hast du das komplette Match gewonnen. Du kriegst 1.000 Euro von mir, okay? Okay. Alles klar. Okay? Wenn ich die Runde gewinn. Wenn die Runde gewinnst, genau. Wenn ich die Runde gewinn. Genau. Dann krieg ich 1.000 Euro. Ja. Okay. Guck mal, hier ist irgend so ein komisches Ding gerade. Wir machen ja auch ohne Hex. Das heißt, es müsste eigentlich super easy für dich sein. Ähm, genau. Äh, ich kann meine Kamera nicht drehen. Äh. Ah, jetzt. Jetzt, okay. Komm nach oben. Also, ich warte hier oben schon auf dich, okay? Was hast du jetzt wieder eingesetzt? Du fliegt in den Teppich bestimmt, ne? Äh, nein. Ich bin... Ich hab doch gesagt, ohne Hex, Bro. Ich warte hier oben auf dich. Oh mein Gott. Hier sind so Laser. Oh. Ja, ja. Du musst aufpassen. Okay. Nicht Laser reinfallen. Oh, du bist schon da oben. Was? Ja. Ohne Hex, Bro. Ohne Hex. Was für ohne Hex? Natürlich hast du gehackt. Hab ich nicht. Natürlich. Wie willst du denn das so schnell... Okay. Der Lava kommt. Bisschen schneller. Oh mein Gott. Bisschen schneller. Wird bisschen knapp. Oh mein Gott. Das war so knapp. Die Lava kommt. Äh, Bro. Kannst du mich da einfach mal oben in Ruhe lassen? Boah, das ist... Oh mein Gott. Das ist so knapp, Bro. Schleller. Schleller. Schleller, Bro. Schleller. Mein Puppe zerbrennt. Oh mein Gott. Moin, Lume... Ey, krass, Sam. Richtig krass, aber raus mit dir, okay? Nein. Leute, ich... Also, real talk. Ich bin raus. Ciao. Nein, nein. Das war's wirklich. Leute, das war's letzte Video mit mir in Lumex. Ich bin raus. Bis dann und ciao, ciao. Hä? Ey, hallo. Also, jetzt kriege ich aber... Ey. Er ist rausgegangen. Und zwar spielen wir heute den ultimativen Knochenbrechen-Simulator. Und das Ganze wird so funktionieren. Wer es schafft, in 20 Minuten sich mehr Knochen zu brechen, der hat das Ganze gewonnen. Und das Ganze machen wir heute übrigens gegen Alphastein, Junge. Ophel, was geht so weg? Hast du dich schon gut vorbereitet, Mann? Ophel, ich bin Robbecks-Profi. Let's go. Oh, mein Gott. Ich spring runter. Oh, mein Gott. Ey, du bist irgendwie hoch. Ey, ihr seht, wir haben so einen Ballon, damit wir nach oben fliegen. Oh, mein Gott. Ich bin richtig runtergeflogen. Aua. Ich spring richtig runter. Aua. Aua, der hat mir gemacht. Okay. Bro, wie viel Knochenbrüche hast du schon? Wo steht der? Da steht links. Warte mal, jetzt. Ich hab 27 Knochen mir gerade mal gebrochen, hä? Ha, ha, ha. Ich bin Profi. Lumen. Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Alphastein kann mich jetzt nicht hören. Wir werden natürlich wieder Prank mit uns. Da werde ich mir halblich ein paar Items kaufen, damit ich mir die meisten Knochen brechen kann. Und zwar seht ihr nämlich, man kann hier auf Upgrades drücken, Leute. Und dann kann man sich hier richtig krasse Upgrades kaufen. Zum Beispiel kann man sich hier Propeller kaufen. So irgendwie so Stiefel. Dann so Jetpacks. Und das kostet halt alles Geld. Und desto mehr Knochen man sich bricht, desto mehr Geld bekommt man. Aber ich würde sagen, ich kaufe jetzt für 500 Robux erstmal 15 Millionen Dollar. Weil damit kann ich jetzt ein richtig krasses Upgrade kaufen. Passt mal auf. Ich kaufe mir hier jetzt einfach mal direkt, äh, weiß ich nicht, diese Raketenstiefel hier. Die kaufen wir uns. Zack. Ausrüsten. Bam. Dann upgraden wir direkt auch nochmal die Stiefel hier, Leute. Schaut. Zack, 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 zack. Wir haben jetzt maximal Upgrade-edet. Und jetzt würde ich sagen, guckt euch an, wie viele Knochen wir uns brechen können. So, äh. Alphastein. Äh, ich hab grad wieder neuen Rekord. Über 100. Über 100? Über 100 oder so. Äh, ja, warte, wo bist du, Bro? Komm mal hoch. Ich spring jetzt auch nochmal. Pass mal auf. Schau dir an, wie hoch ich fliegen kann. Bist du bereit? Und? Bam. Boah. Wo bist du denn? Ich seh dich fast gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich flieg sogar bis an den Rand, Bro. Wo bist du? Ich spring auch hinterher. Warte, ich komm. Let's go. Und warte jetzt direkt nochmal. Und? Bam. Oh mein Gott. Das hast du gehört. Wo bist du hin? Wo hast du das? Das ist ja voll krank. Ey, Bro, ich weiß auch nicht. Ich brech mir so viele Knochen gerade. Das ist geisteskrank. Oh mein Gott. Das hast du gedrückt. Was muss ich drücken? Äh, ich weiß nicht, Bro. Ich flieg halt einfach, hä? Ey, ich hab nur 46 Knochen jetzt. Ich werd immer schlechter. Ich hab wieder einen neuen Rekord. Über 100 Knochen hab ich mir diesmal gebrochen. Ey. Warte, ich muss doch auch irgendwas noch machen können. Ja, guck. Einfach nach oben springen. So, schau. Zack. Und dann einfach nach oben. 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 Und dann geht's auch ran. Bro. Bro. Wo bist du? Ich bin im Himmel, Bro. Hehehe. Oh mein Gott. Bro. Wenn ich jetzt runterfliege, das war's. Ich werd mir 500.000 Knochen wahrscheinlich brechen, Mann. 3, 2, 1. Und... Boah. Ähm. Bro. Bro. Ich brech mir so viele Knochen gerade. Du glaubst gar nicht. Boah. Ja, ich hab schon. Neun Rekord war 100. Oh mein Gott. Oh. Boah. Oh. Oh. Was passiert bei dir? Ist das nicht so krasse? Oh. Jogi. Ich hab mir... Wie viel genau hab ich mir gebrochen? Ist das neuer Rekord? Hä? Ich mach jetzt auch neun Rekord. Ich glaub schon. Ich hab 13.000 für den Sprung allein hier bekommen. Das ist sehr krass. Ja. Bro. Was? Und wie viel Knochen man ist? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall über 100 wieder. Leute, das geht so nicht. Ich bin nochmal gemutet. Wir werden uns jetzt direkt die nächste Sache kaufen. Weil ihr seht, Alpha-Shen ist oben rechts nämlich auch schon bei Stufe 2. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal in den Shop reingehen und uns ein paar Sachen kaufen. Und zwar kann man sich hier auch für Robux richtig krasse Upgrades kaufen. Zum Beispiel kann man sich eine doppelte Break-Potion kaufen. Da bekommt man quasi doppelt so viele Knochenbrüche für eine halbe Stunde. Das würde ich sagen, kaufen wir auch direkt. Und, und, und. Einmal gekauft. Dann hier Doppel-Spring-Potion. Das kaufen wir auch nochmal. Wir kaufen uns einfach alles, dass wir uns hier die meisten Knochen brechen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich muss mich gleich wieder inmuten. Nochmal doppelte Skate-Potion. Einfach alles kaufen, Leute. Und jetzt würde ich sagen, was kaufen wir hier? Was ist das? Man kann sich hier noch irgendeinen Auswerfer kaufen. Ich würde sagen, das kaufen wir einfach auch mal. Komm schon, zack und kaufen. Dann hier nochmal doppeltes Öl. Ich würde sagen, äh, kaufen wir einfach auch, Leute. Ich meine, man kann die genug kaufen. Macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach. Und jetzt würde ich sagen, ermuten wir uns erst mal wieder ganz schnell. Gut, das war richtig schlecht. Yo, Alphastein, Mann, Bro. Aber mir läuft richtig schlecht. Gar nichts. Ich gehe jetzt gleich hoch auf die nächste Stufe, weil es gibt nämlich hier richtig viele Etagen. Ich mache jetzt hier noch einmal einen Sprung, zack und... Wie schon, Nächste? Ich bin doch von der Herzen. Bro, 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 Bro. Ich höre das alles. Wo bist du? Ey, Bro, ich weiß nicht. Ich habe mich so krass nach unten geboostet. Mein kompletter Bildschirm ist einfach weiß. Das sehe ich gar nicht. Bro, da pick irgendwas. Oh, mein Gott. Bro, wie viele Knochen hast du dir gebrochen bisher? Nicht viele. Wo steht jetzt insgesamt? Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ich wiege jetzt hier gerade noch mal nach unten. Und? Ich habe mir insgesamt jetzt wie viele Knochen gebrochen bei dem Sprung. Ich schaue mal nach. Ich kann schon zur nächsten Stage. Ich bin bei der nächsten. Hä? Okay, warte. Ich komme jetzt auch direkt. Pass mal auf. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob die besser ist. Komm schon, wie viele Knochen? Das ist ein neuer Rekord. Das muss ein neuer Rekord sein. Hä? Da unten bist du. Ich komme da. Ja, warte. Ich schaue jetzt, wie viel Knochen ich mir gebrochen habe. Hallo. Insgesamt 312. Das ist wieder ein neuer Rekord, Mann. Ich habe nur 26. Das ist gewollt. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt auch auf die nächste Stufe. Ja, komm hoch, Junge. Wir springen jetzt gemeinsam bei drei. Komm. Okay, ich komme zuvor. Let's go. Bist du bereit? Ja, eins gegen eins machen wir jetzt. Wir haben jetzt noch einen Krieg. Du hast ja immer noch diesen langweiligen Luftballon, Bro. Hä? Hey, siehst du den? Ja, was ist schon? Ja, Bro. Arketenschuhe hier. Schau doch. Wo bist du denn? Warte mal. Ab nach unten. Hä? Ich will die auch. Rufa noch. Let's go. Bist du, Ruben? Ich höre dich nur. Wo bist du? Aller unten. Guck mal, ich höre dich. Oh mein Gott. 460 Knochen schon insgesamt. Ja, du musst mal ein bisschen hier auch vorne. Ich sage dir ehrlich. Ah, hier. 125.000 kostet das. Ey, das glaube ich noch nicht. Du bist so ein Idiot, Junge. Leute, ihr seht Alpha Steincheck gar nichts. Ich bin wieder gemutet. Und wir kaufen uns hier direkt das nächste Upgrade. Das ist halt quasi die höchste Stufe. Ihr dürft das auf keinen Fall nachmachen. Aber ich will die meisten Knochenbücher haben. Deshalb kaufen wir uns das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier die höchste Stufe gekauft. Das ist wirklich komplett gestört. Stufe 20 haben wir direkt. Dann können wir uns auch noch Skills kaufen, Leute. Die können wir hier auch noch upgraden. Und was geht hier noch? Hier kann man sich noch Sachen upgraden für Diamanten. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt hier erst mal. Was ist das denn? Ein Chatpack können wir uns kaufen. Ich würde sagen, Leute. Den kaufen wir. Rüsten wir auf. Upgraden wir hier direkt ein bisschen. So. Und dann würde ich sagen, ermuten wir uns. Und schauen mal, wie viele Knochen wir uns jetzt brechen können. Gut. Du magst. Yo, Bro. Komm mal zu mir. Ja, Bro. Komm mal zu mir hoch auf die Wiese, Bro. Ich komme. Bei mir läuft immer besser und besser. Ja, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Guck dir meinen Rucksack an, Bro. Ich habe jetzt 40.000. Mir fehlen noch 100.000. Ja, Bro. Ich würde sagen, ich fliege jetzt mal ein bisschen nach oben. Hau es rein. Hier, wohin? Warte, Lubeck. Warte doch. Ich halte mich mit dir. Bist du. Ich fliege kurz zum Mond hoch einmal, ja? Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Bro, du checkst gar nicht. Ich fliege jetzt hier aus 5.000 Metern. Achtung. Und, 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 und. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, mein Gott. Ich sehe gar nichts. Es ist alles weiß. Voll in die Ecke. Und, wie viel Knochen? Ich kriege noch mal einen Boost noch mal extra, weil ich habe so ein Item, womit ich einfach noch mal nach oben geboostet werde. Oh, mein Gott. Wo kriegt man das Item her? Mit der Quest? Oder was? Ja, ja. Man muss freischalten. Ich will die Quest. Ich mache die Quest jetzt. 560, glaube ich. Ich habe komplett übertrieben. Ich habe A2 freigeschalten, Bro. Hier, ich gehe jetzt auf die zweite Lawine schon, ne? Guck mal. Dann kann ich, glaube ich, auch. Warte, ich komme gleich. Ja, dann beeil dich mal. Ich warte hier nämlich auf dich. Mir wird schon langweilig, Junge. Ich habe seit vier Wochen nicht gespielt. Rumlags. Mein Lieblingsspiel. Oh, mein Gott. Das ist ja richtig krass. Ich kann ja gerade alles upgraden. Und zack. Ich habe auch nicht wieder 100. Oh, mein Gott, Bro. Ich habe mein ganzes Geldkraft für Upgrades ausgegeben. Das wird jetzt richtig böse, Bro. Ich mache das auch für die Upgrades. Warte mal. Ich bin hier auch noch. Ja, 100. Gehst du drauf und zack. Wo bist du? Bist du bereit? Ich habe wieder Geld verloren, Lumix. Ja, was auf, komm, let's go. Hier geht es nach unten, zack. Bam. Und jetzt. Ich bin hier besser als du. Guck mal. Gar nichts bist du. Und wir nach oben. Ja, Bro. Geil, Alter. Bro, ich bin komplett am übertreiben. Komm nach unten jetzt. Oh, mein Gott. Ich habe jetzt wieder fast 100 Knochen. Ja. Bro, du kommst nicht mal annähernd an mich ran, Bro. Bro, du glaubst gar nicht, was ich für krass Upgrades gekauft habe. Bro, ich will jetzt hier ganz unten jetzt mal den Boost hier mitnehmen. Achtung. Und. Boost, Boost, Boost. Wenn du willst, was ich jetzt fliege. Ist nicht mehr normal. Wow. Zu krass bei mir. Und, und, und nochmal. Bam. 763 Knochen habe ich insgesamt, Bro. Ach, das ist gar nichts, Lumex. Das ist der erste Anfang. Hä, was lauterst du? Ich habe 69 Knochen verloren. 69? Ich brauche mir schon 700. Was redest du da? Hä? Warte mal. Du hast mal 10 gerechnet. Dein Rechn ist falsch. Das scheint 70. Bro, spring ruhig runter. Ich würde sagen, ich kaufe mir direkt die nächste Stage. Und zwar gehe ich jetzt schon auf. Hä? 1, Landslide 1. Bam, zack. Oh mein Gott, ich bin noch weiter oben. Holy crap. Wir gehen hier direkt auf welches Stage? Was ist das denn? Hä? Ich gehe auf A3, Bro. Ha, ich bin auf A3 schon. Boah. Ich komme euch hinterher auch nicht mehr lange. Ja, komm doch. Ich stürze mich jetzt erstmal hier nach unten. Und. Nach unten, zack. Und jetzt Raketen. Bam, und. Oh mein Gott. Jetzt nochmal hier Boost nach oben. 3, 2, 1. Und. Boom. Boom, ist auch ein neuer Rekord, glaube ich. Wie viele Knochen brichst du dir jetzt? 100, 4, 106. Ha, ha, Bro. Ich sage dir jetzt. Viel zu viel noch nie. Bro, ich habe, glaube ich, wieder einen Rekord. Oh, ich nicht. Ich glaube, ich habe 110. Pass, 1000 Knochen habe ich mir gebrochen, Junge. Mein Rekord ist 119. 1000. Nein, du meinst 100. Ja, ja, ja. So sieht es aus. Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt nochmal in den Shop. Weil ich glaube, wir müssen uns hier nochmal die ein oder andere Sache kaufen. Unlimited Knochen. Ich würde sagen, das kostet nochmal 500 Robux. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich würde sagen, wir kaufen es einfach. Weil wir wollen Alpha-Schein hier natürlich besiegen. 1.000 Robux, Freunde. Macht das nicht nach. Ich kaufe mir ganz kurz 50 Millionen, damit wir uns hier das nächste Item kaufen können. Und zwar das hier. Ich habe das jetzt gekauft für 50 Millionen, Freunde. Keine Ahnung, was es ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. Hä, Bro, Alpha-Schein. Ja. Ich habe mir irgendwas gekauft. Ich weiß nicht was, Bro, aber ich probiere es jetzt mal aus, ja? Hä? Aber Lubex, du machst auf jeden Fall irgendwas falsch. Guck mal, ich habe sechs Stufen. Und du hast noch fünf Stufen. Bro. Bro. Wo bist du? Bro. 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 Ich glaube, ich spiele besser als du, weil ich bin schon Stufe 6, Lubex. Du kannst von mir eine Scheibe abschneiden. Bro. Ich will nichts sagen, aber ich habe hier. Du bist noch nicht so gut in Roblox. Ich kann ihn nachher vergeben. Bro. Chill. Ich habe mir fast 4000 Knochen gerade gebrochen. Ha, ha. Hä? Du hast gerade Stufe 5. Jetzt bist du schon Stufe 7. Hä? Du bist nicht aufgeholt. Warte mal. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zur nächsten Etage. Und zwar zur A4, Junge. Ha, ha. Wo findet man den? Wo ist der versteckt? Boah. Vorbei. Vorbei, Bro. Vorbei. Boah, ich habe auch eine gute Runde. Ja. Bro, ich fliege immer noch. Bro, ich fliege immer noch. Ja, ich schaffe einen Rekord. Sieh auch. Bro. Bro, warte mal. Was mache ich hier? Bro, was mache ich hier? Kommt schon, ein Rekord. Let's go. Bro. Bro. Du glaubst mir nicht. Wie viele Knochen. Nein, ich schaffe wieder in den Rekord. Ich schaffe mich schon. Aber wie scheiße reingeh ich. Bro. Du willst nicht wissen, wie viele Knochen ich mir gerade gebrochen habe. Ich hoffe es nicht. Digga, es ist geisteskrank. 12.000 Knochen gebrochen. Ich bin Stufe 12. Digga nicht. Bro, schau doch oben rechts. Ich bin Stufe 12, Bro. Wäääh. Wie. Komm mal hoch. Wo bist du, Bro? Warte, ich bin nochmal gemutet. Ich würde sagen, wir hören nicht auf. Wir übertreiben noch mehr. Und zwar gehen wir einfach wieder in den Shop rein. Ich würde sagen, wir haben hier noch ein paar Level Points. Können wir auf jeden Fall hier alles upgraden. Zack, zack. Hier kann man sich auch noch ein paar Sachen kaufen. Für Diamanten. Ich würde sagen, wir kaufen uns ganz kurz einfach mal. 1000 Champs. Das kostet 400 Robux. Ich würde sagen, das kaufen wir uns einfach mal hier ganz kurz nochmal. Natürlich, dass wir uns hier die meisten Knochen brechen. Und dann würde ich sagen, kaufen wir uns hier einfach mal noch. Das kaufen wir uns. Das kaufen wir uns. Das kaufen wir uns. Das auch. Hier noch irgendwas. Leute, keine Ahnung, was es ist. Ich kaufe mir einfach alles. So, Alphastein. Ich bin jetzt auf A5 mittlerweile. Wo bist du? A2. Ich komme mit 2.3. Ja. Wo bist du? Ich komme runter zu dir, ne? Warte, ich will jetzt einfach mal runter. Bamm. 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 Du machst bestimmt irgendwas falsch, Leute, oder? Du machst garantiert irgendwas falsch. Ich fliege jetzt einmal komplett nach oben, ne? Bro, ich bin ganz oben. Und jetzt ganz nach unten. Mit dir noch 50.000 habe ich das Upgrade endlich. Bro. Ich habe eine neue Waffe. Oh mein Gott. Digga. Ey, ich bin gerade ganz nach oben geflogen. Und dann ganz nach unten. Ich habe mir so viele Knochen gebrochen gerade. Das ist geisteskrank, Bro. Ich bin gerade... Ich mache jetzt, glaube ich, meinen neuen Rekord, Lubeck. Wo bist du? Auf welcher Stage? Ich komme zu dir. Wo bist du? A2 immer noch. Du bist immer noch auf A2. Warte. Ich habe jetzt das Upgrade. Dauert nicht mehr lange. Ich komme runter zu dir. Warte, warte, warte. Wie runter, du meinst hoch. Du bist bei A2 immer noch, Bro. Wie weit muss ich denn runter extra? So, und ich respawn. Ich bin da. A2. Als wenn du gerade mal hier unten bist, Bro. Hä? Guck mal, wie krass ich bin. Guck mal, ich habe neue Tricks gefunden. Und zwar springst du erst mal hier runter. Bittchen. Du tust dir weh. Und dann, wenn du hier unten bist, dann rückst du schnell auf den Luftballon. Dann fliegst du auch mal richtig weit. So zack. Deswegen du immer noch den Luftballon hast, Bro. Weißt du? Bro, du musst so hier machen. Schau. Du hast es gesehen. Ja, ich habe es gesehen, Bro. Aber das funktioniert so hier. Ich sehe gar nichts. Oh, mein Gott. Bro. Bro. Ja, Bro, weißt du was? Ich gehe jetzt hier an die höchste Stufe. Und dann denke ich, ist es ja auch hoffentlich klar, wer hier gewonnen hat, Bro. Guck mal, ich meine, du bist... Ich bin schon für 17. Kannst du dir vielleicht ein bisschen Geld schenken, damit ich schnell Upgrade kriege? Ja, wahrscheinlich, Bro. Kann man nicht irgendwie was überweisen? Boah, ich bin gemutet. Wir gehen jetzt schnell hoch zur höchsten Stufe. Machen noch einen Sprung, um Alpha-Steine jetzt schlussendlich zu beweisen, wer der Beste ist im Knochenbrechen. So, Bro. Ich bin jetzt gleich ganz oben. Zack, nochmal letzte Stage. Ich weiß, was du machst. Du möchtest schummeln, glaube ich. Ich schummeln nicht, Bro. Ich bin jetzt bei A6. Das ist die höchste Stufe, Bro. Das ist irgendein Cheatcode eingegeben. Nee, Bro. Ich bin jetzt hier bei der höchsten Stufe A6 tatsächlich. Da oben bis Ende. Glaub ich dir nicht. Ich kann ja jetzt noch mal ein bisschen nach oben fliegen, und mir dabei ein paar Knochen brechen. So. Oh. Du hast irgendwelche faulen Tricks benutzt, Lubinx. Also, ich bin jetzt tatsächlich am Ende der Map oben angekommen. Hier ist schon die Border. Und jetzt fliege ich einmal ganz nach unten. Oh mein Gott. Bro. Rekord. Ich bin auch ganz unten. Rekord. Schon wieder Rekord. Wie? Ja, das war's, Bro. Das ist dein Ende. Nein, ich bin auch mein Rekord. Warte, ich will doch gleich mal neue Upgrades. Warte doch. Dann hab ich dich. Wie viel, wie viel Knochen hast du gebrochen? Jetzt 70. 70? Ja. Ich hab mir eben 43.000 Knochen gebrochen. Das ist gar nix. Du meinst, wie viel Geld du hast? Ich hab 196.000. Du kommst gar nicht an mich rein. Ja, ich hab grad 2,7 Millionen auf meinem Konto. In Stufe 22. Du vertauschst die Partei. Ja, ja, ich glaub auch. Ey, Bro. Eifelstein. Also, ich würd sagen, das Knochenbrechen geht auf jeden Fall an mich heute. Warte, ich hab jetzt das Upgrade. Ich hab das Upgrade. Bro, dein Upgrade. Das ist ja kein. Bro, das ist ja kein. Komm zu A2 jetzt. Okay, warte. Ich komm zu A2. Ich zeig jetzt, wie ich fliege. Okay, warte, warte. Ich komm zu A2. So, ich hab den Crypt, Junge. So, Leute. Ich würd sagen, wir gehen jetzt zur Alpha Stein runter. Ich hab mir aber dafür jetzt nochmal den goldenen Chatpack gekauft. Das krasseste Item. Und dann würd ich sagen, haben wir die heutige Challenge auch auf jeden Fall gewonnen. Dann mach ich mal Cash. Ich komm jetzt runter zu dir, Bro. A2. A2. Ja. Ich bin auf dem Weg, Bro. Ja, wo bist du, Danny? Ich seh dich nicht. Ich komm zu A2 hoch. Hier, guck mal. Ah, da bist du. Ich seh dich, Bro. Yo. Guck mal, wo ich jetzt hochfliegen kann. Guck mal. Wow. Ey, du bist ja echt richtig hoch, Bro. Ah, ich kriege dich auch. Wow. Wie krass ist das denn auf einmal? Ey, Bro. Ich kann das nicht mehr. Ich würd sagen, Bro, zur Bestrafung hätte ich gern bitte einmal 10.000 Robux von dir, ja? Hallo, ich spiel grad noch. Ich bin nicht fertig. Warte doch. Boah, ich hab auch noch einen Rekord. Über 120 Knochen. Ja. Bro, das ist überhaupt nichts. Was machst du denn? Ich hab gewonnen, Lumix. Na, Bro, nochmal. Ich hab lieber 50.000 Knochen. Du hast 100. Ey, was lauferst du? 120. Ja, ich hab 50.000 Knochenbrüche. Ich krieg jetzt 10.000 Robux. Wow, 125, 139. Ich hab noch Rekord, noch Rekord, Lumix. Bro. Oh. 140. Ich krieg jetzt. Alles weiß. Ich krieg jetzt 10.000 Knochen. 10.000 Robux von dir, Bro. Ähm, Knochen kann ich dir geben, aber Robux. Nein, hab ich versprochen, Bro. 10.000 Robux. Jetzt. Lumix, man muss jetzt nicht gut aus. Ja, doch. Ich will jetzt Robux haben, Bro. Weißt doch. Mein Robux-Konto. Ähm. Bro, jetzt. 10.000 Robux, sofort. Max, ich glaub, ich muss schon aufrein gehen. Junge, ey, man. Mein, 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 mein. Junge, Alperstein. Nee, 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 nee. Mein Internet. Nee. Digga, Leute, Alperstein, wirklich, den grüßt ihr, Dude. Er tut einfach so, als wäre sein Internet kaputt, Mann. Ey, sag mal ehrlich. Officer Barry ist da. Officer Barry ist schon süßer, oder? Mega süß. Guck mal, einfach mein T-Shirt. Man sieht meinen Bauchnabel. Da hat so ein bisschen Fussel drin. Und das Beste natürlich, wir können hier einen fetten Furz ablassen. Junge, ich furze nicht. Ich bin nicht so ein Ekliger. Ey, wisst ihr was? Ey, wir haben ja auch ein paar Gadgets. Ey, ich würde sagen, wir dürfen Gadgets benutzen außer Chatpack, okay? Alles außer Chatpack. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe schon mal einen. Wie, du hast schon einen gefangen? Ich habe schon mal einen gefangen. Ja, bei mir kommt hier keiner. Ey, ich glaube, wir müssen uns hier ein bisschen verstecken, Leute. Junge, ich bin Autist aus Seville. Wohin gehst du denn jetzt? Ey, ich überlege mal. Wir können ja sicher auch oben uns teleportieren. Ich gehe einfach mal jetzt zum Beispiel in den Hof. Vielleicht versteckt sich ja jemand im Hof. Bro. Bro, ich sag dir, wie es ist. Wie, du hast schon zwei gefangen? Laber dich. Bro, ich habe zwei Stück schon gefangen. Ja, ich glaube, wir müssen hier mal gucken, weil die ein oder anderen haben sich hier an mir vorbeigemogelt. Also Leute, ey, ich sage euch ehrlich, Seville freut sich zu früh. Bei mir sind richtig viele in der Zelle. Die müssen alle hier vorbei. Ich, ich. Bro, wie viele sind bei dir? Bro. Warte. Bei mir ist jetzt auch einer. Bei mir ist jetzt auch einer. Oh, ich kriege dich. Aber die haut ab. Die haut ab von dir. Ey, gar nichts haut die. Ich mache Gottblaster, Leute. Hier. Gar nichts macht die. Stehbleiben. Alter, wie assi krank. Wie hast du die auseinandergenommen? Ich habe die mit meinem Kopfblaster einfach abgeschossen. Ja. Ja. Alter. Komm her, Junge. Zack, ich habe auch den ersten. Was willst du, Seville? Was hast du mit der gemacht? Du bist auf ihren Kopf draufgesprungen. Ja, ich habe die in meinen Bauchnabel reingestellt. Oh, warte. Wir furzen Leute und schnappen die direkt nochmal. Und, 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 und. Ey, komm, 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 komm. Ey, bitte, 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 bitte. Nein. Gar nichts wird die. Gottblaster und zack. Alter, wie assi bist du. Ey, ich treffe die nicht. Warte mal. Barry hat einen krummen Rücken. Ich bin jetzt im Dungeon. Mal gucken, ob jemand ist. Ey, ja, im Dungeon kann man auch gucken. Ich muss mal gucken, weil hier chillt gerade noch einer. Den muss ich noch wegfangen. Dann gehe ich auch in den Dungeon. Ha, veräppelt. Ja, das war ein Fehler. Ja, ich habe auch noch einen. Zack. Nein, du hast zwei jetzt. Tugel, du hast schon sechs Stück. Ja, ich habe sechs Stück. Ich bin auf jeden Fall richtig krass. Ey, ich glaube, wir müssten gleich auch mal in die anderen Zimmer gucken. Oh, vielleicht habe ich gleich nochmal einen. Und ich habe noch. Alter. Digga, ich muss sich als Polizist bewerben, du, Mix. Ja, gar nichts musst du, Leute. Wir gucken jetzt auch mal. Wir gehen nicht in die Telefonzellen, aber erst mal schnappen wir uns die hier noch. Zack. Seville, glaub mir. Du denkst, du bist hier Officer. Du bist gar nichts. Ich hole hier jetzt auf, pass auf. Nochmal einen Furz abgeben. Ich muss erst mal gucken. Mein Barry hat nämlich einen vollen, krummen Rücken die ganze Zeit hier. Ja, Digga, das ist mir auch aufgefallen bei dir. Warum läuft das so ganz komisch eigentlich? Ja, das ist durch den Laser, glaube ich. Aber ich habe mich verwandelt. Ich gehe jetzt einmal in die Badezimmer gucken. Vielleicht hat hier jemand das Klo verstopft, hä? Ich weiß nicht. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Okay, wir können ja mal die Toiletten durchgucken. Wer versteckt sich hier, hä? Da ist niemand. Da ist ja der Geheimraum. Ist der Geheimtema bei dir? Ja, bei mir ist auch nichts. Ich gehe mal in den Dungeon auch rein. Du bist ja auch gerade im Dungeon, hä? Ja, aber können wir eigentlich unsere Sachen nur einmal einsetzen? Äh, unsere Fähigkeiten meinst du? Oder die Teleports? Ja, 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 ja. Bei mir ist einer! Im Dungeon ist einer! Ja! Nein! Ja! Wie kriegst du denn nicht? Sack, Junge! Ich habe ihn! Ja! Haha! Digga! Ey, sag dir ehrlich, du hast dich hier zu früh gefreut. Leg dich nicht mit Officer Barry an, Junge. Ich bin der echte Barry hier. Barry ist mein Zwillingsbruder. So ein Ding ist das. Hier ist noch einer. Ich bin Officer Seville. Hier ist noch einer. Ich habe noch einen! Yeah! Digga, willst du mich verarschen? Äh, Leute, ich sehe in deinem Screen, du hast schon zehn Leute gefangen. Was ist denn da los, Junge? Ich habe dir gesagt, ich habe eine Officer-Ausbildung gemacht gestern noch. Ja, ja, mach mal die Cheats aus, Junge. Bei den Zellen ist halt an sich am einfachsten, weil da halt die meisten Leute spawnen. Alter, was macht der denn? Komm her! Junge! Nein, das gibt es nicht. Er hat schon wieder einen. Also, guck mal, nach den Zellen kommen die Badezimmer, ne? Ja, 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 das ist das Nächste, deswegen. Aber ich guck mal, ich war auf dem Hof, war ich noch gar nicht. Hof war ich auch schon, das sind, da habe ich ja keinen gesehen. Ey, Bro, die kommen doch bei mir hier durch den Schacht, ne, oder? Junge, du kennst nicht wirklich vom Schacht. Du bist so... Bei mir ist... Boah, bei mir sind wieder neue Leute, ja! Okay, das ist wild, das ist wild. Aber ich habe noch immer doppelt so viel wie du. Ja, Seville, freu dich nicht zu früh. Ich verstecke mich einfach hier hinter der Wand, dann denken die, es ist niemand da. Und dann, wenn die gelaufen kommen, dann schlafen wir uns, Junge. Du sagst zu mir, ich bin Camper. Alles klar. Überraschung! Zack, let's go! Den ersten haben wir. Bro, du hast einen... Warte mal, ich habe jetzt gesehen, wo meine rauskommen. Nämlich im Badezimmer. Ein paar haben es geschafft, Digga. Ich glaube es... Warte mal, ich gehe, glaube ich, auch mal kurz ins Badezimmer. Danke für den Tipp, mein Mester. Wir schauen hier auch mal... Junge, hör mal auf! Wir schauen auch mal kurz ins Badezimmer. Ich... Ich chill jetzt in der Toilette. Kurz, ich chill jetzt in der Toilette. Ja? Da, wo du hingehörst. Hey! Digga, hör mal auf, so gemein zu sein. Ich bin Officer Seven. Ich fuhr jetzt erstmal eine Runde. Sag mal, hast du hier eine Wurst abgeseilt, weil das so stinkt oder warum? Ja, 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 okay. Ich war sorry. Ey. Da kommt jemand! Nein! Bro, was ist denn, Philippo? Du musst ab und zu doch einfach mal woanders hingehen, damit wieder ein paar sich trauen, überhaupt auszubrechen. Weil wenn die ganze Zeit... Ja, 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 genau. ... in den Zellen chillst, dann kommen die nämlich gar nicht. Ja, ja, genau. Hier, siehst du! Siehst du, hier kommt direkt nämlich eine. Überraschung! Und die hat sich ausgelockt. Die hat sich einfach ausgelockt. Was? Hey, im Badezimmer war ich jetzt gerade wieder, aber das jetzt auch gerade nicht... Ey, aber das macht so Spaß. Ich bin ja schon so oft hier ausgebrochen, aber selber als Barrel zu spielen ist einfach noch... Hier ist einer! Hier ist einer! Er hat sich... Er hat sich ausgelockt! Oh mein Gott! Was? Was ein Assi! Was ein Assi! Er hat sich einfach ausgelockt. Hey Leute, ihr habt es gesehen, ich war so kurz... Voll zu stark. Ich bin im Dungeon. Ich habe vielleicht gleich einen im Dungeon. Nein, 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 laber nicht. Doch, 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 da vorne, hier rechts. Warte, ich gucke auch mal... Ja, komm her! Nein! Bitte nicht ausloggen, bitte nicht ausloggen! Nein! Junge, Seville, was bei dir abgeht, das ist geistkrank gerade, ich sage dir ehrlich. Bro, nenn mich Officer Seville, nicht Seville, bitte. Das wäre nice. Geh jetzt noch mal in den Hof rein, vertrau mir, Hof ist die Meter. Ich bin gerade Telefonzelle, aber sind nicht danach raus. Digga, aber es ist so krass, als Barry zu spielen, ne? Ist übelgeil. Aber das Besten von allem ist immer noch der Furz. Digga, du bist nur am rumfurzen, du hast den Durchfall, Alter. Hey, normal, Barry, dafür ist Barry doch bekannt für seine gut riechende Furze hier. Was geht im Dungeon bei mir ab? Alter, ich habe im Dungeon noch mal einen. Bro, du hast schon 14 Leute gefangen, wie? Ja, ey, ich weiß, ich tue immer, ich habe Taktik. Bei dir ist wieder einer, was geht ab bei dir, Bro? Komm her! Ja! Ja, ey, ey, Bro, Bro! Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe wieder in den Dungeon, ich habe 15 Leute. Ey, ich gehe jetzt auch in den Dungeon rein. Weißt du was, bei mir ist das Ding, es wissen alle, ich bin der beste Officer, deswegen getrauen die sich gar nicht auszubrechen, Bro. Was machst du für ein Scheiß? Was kappelst du für ein Scheibenkleister? Was geht die ab? Oh, 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 oh. Komm her, komm her, komm her. Ich schnapp euch alle. Ich schnapp euch alle. Bleib stehen, bleib stehen! Nein! Ja! Ja! Oh mein Gott. Ich bin auf ihn draufgesprungen. Ich habe mich wahrscheinlich mit meinem großen Hinz alleine auf ihn draufgesprungen. Hä, aber wie kannst du springen? Neh, nehme ich einmal von da oben runterfall. Ey, die haben sich ausgelockt. Hier sind richtig viele, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ja, 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 ja. Zack, jetzt geht die Party ab. Oh, noch einer. Seven, Seven, ich hole auf mein Messer. Bro, ich habe 18. Was willst du machen? Hochmut kommt vor dem Fall, mein Bester. Warte, die kommen jetzt bei den Toiletten raus. Wir müssen in die Toilette, ins Bad reingehen. Ey, das habe ich vorhin gemacht. Genau das habe ich gemacht vorhin. Wir campen jetzt hier einfach im Badezimmer. Oh, 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 oh. Kommt aber gerade keiner. Was kommt zuerst? Zelle, Badezimmer, Dungeon und dann so weiter, ne? Telefon, Hof. Warte, ich camp. Sie sieht mich nicht. Sie sieht mich nicht. Nein, ich habe einen, ich habe einen. Ich habe auch noch einen. Let's go. Alter. Ey, ich muss sagen, du bist gerade aber auch echt gut dabei. Muss man hier lassen, Bro. Und ich muss sagen, ich bin nur am Anfang ein bisschen ins Zellen gegangen. Danach nicht mehr so. Ich will jetzt die Leute auch nicht zu, zu blöd anmachen. Ja, 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 ja. Ja, warte. Oh, Bruder, was geht bei mir gerade ab hier? Ey, ich hole das jetzt alles auf, ne? Hier, direkt den nächsten. Auch direkt den zehnten hier. Ich hole das alles auf, Bro. Ich hole das alles auf. Bro, dieser K-Lead. Ich habe gerade einen K-Lead, glaube ich, schon zum achten Mal gefühlt gefangen. Diesen K-Lead. Immer beim Dungeon. Bro, allein bei mir in der Zelle sind hier gerade zwei. Hier, komm her. Den nächsten. Den schnappen wir uns. Ich warte jetzt hier auf die. Komm, 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 komm. Schnapp, schnapp. Oh, den kriegst du? Kriegst du den? Ja! Der war krass von dir. Im Sprung, ne? Aber, Seve, wir haben, ich sehe auf dem Timer noch 16 Minuten und 50 Sekunden vor uns. Also, es ist noch nichts entschieden. Ey, warte mal. Ey, ich will nicht den God-Plast. Das ist echt ehrenlos. Ey, der ist runtergefallen. Ja, 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 ja. Ja, komm her, Kollege. Ich habe den nächsten, Bro. Ich habe den nächsten. Bei dir sieht es gerade nicht so gut aus, Kollege. Hä? Was ist denn da los? Nee, gar nicht. Weil ich war gerade Dungeon. Jetzt bin ich wieder am Klo. Irgendwie Katastrophe gerade. Weiß nicht. Einer ist runtergefallen. Oh mein Gott. Ey, Bro. Bei mir in den Zellen ist gerade so die Post ab. Das ist nicht normal. Hä? Ich gucke jetzt aber trotzdem noch mal in die Telefonzellen rein. Vielleicht hat sich hier einer... Hier ist sogar einer. Hier ist einer. Lol. Telefonzellen ist einer, der Arme. Ich habe einen in... Ey, er muss von vorne anfangen. Er muss komplett von vorne anfangen. Das war gemein von dir, muss ich ehrlich sagen. Warte mal. Einer will ins Badezimmer. Einer geht ins Bad rein. Einer will ins Bad. Ich mache mich auf den Weg. Officer Lom ist hier direkt auf dem Weg. Bei der Wüste, Bro. Da sind doch so Pfeile auf dem Boden. Die müssen den Weg lang gehen, ne? Ja, ja. Äh, nee. Okay, okay. Müssen die nicht. Da ist das Ende, da ist eigentlich wirklich, da ist die Ziellinie. Du bist richtig ehrenlos, ich sag dir ehrlich. Bro, stell dir vor, einer kommt hier hoch und ich bin da. Ey, ich muss kurz einen Glückspups machen, Bruder. Hier, Glücksfurz. Das ist er, jetzt hast du richtig Glück. Das ist der Glücksfurz. Jetzt kommen hier richtig viele. Ey, im Dungeon ist gerade auch nichts los. Wo sind die denn? Ja, die haben ja Lust auf dich, Bro. Hä? Nein, ich glaube, ich glaube, die sind jetzt schon voll weit. Die müssen Telefonzelle sein. Ja, ich gucke auch nochmal Telefonzelle, da habe ich hier eben einen weggefangen. Vielleicht Zellen trotzdem nochmal gucken. Lagerraum ist niemand. Ich habe halt Zellen gerade so wegrassiert. Guck mal, ich hole auf, nur noch acht Abstand. Das ist machbar. Ja, alles gut, alles gut. Ich gucke jetzt mal auch in Zellen. Oh, was geht denn hier ab, Moinmeister? Zack, den nächsten Eintüten. Ey, das war der Glücksfurz. Ich muss direkt nochmal einen Glücksfurz machen. Gottblaster. Oh, ich habe niemanden getroffen mit dem Gottblaster. Du machst mit Gottblaster ein bisschen ehrenlos. Ich setze einmal Gottblaster. Ja. Oh mein Gott, es sind beide runtergefallen. Warte, ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch einen. Ja. Komm, 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 komm. Bro, wenn der jetzt runterfällt. Ja, bitte nicht. Bitte kriege ich ihn nicht, Bro. Bitte nicht. Nein, du hast ihn. Nein, 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 schade. Geil, ich habe ihn. Jetzt gucke ich mal im Badezimmer weiter. Bitte, er muss runterfallen. Bitte fall runter. Bitte fall, bitte verkack den Schaden. Bro, du hast krank aufgeholt. Du hast 16. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Warte mal, soll ich... Ich warte, glaube ich, bis die Badezimmer gehen. Dann camp ich die im Badezimmer ab. Oh, ich muss mal kurz aufs Klo, Digga. Warte mal. Boah, der war gut. Bro, was machst du? Der war richtig gut. Was machst du, Bro? Guten Morgen. Ich habe den nächsten, Digga. Er ist das Geist krank. Wie viel hast du jetzt? 17. Okay, ich habe 23. Ey, bei mir ist irgendein anderer Barry in meiner Lobby. Der klaut mir jetzt die Leute wahrscheinlich. Nein. Als ob. Geh mal zum Chef und sag dem mal. Geh mal zum Officer Chief. Junge, ich bin mein eigener Chef hier. Das Gefängnis gehört mir. In dem Gefängnis, wo du gerade arbeitest, das habe ich gebaut, Junge. Echt jetzt? Hast du das gebaut? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was? Bro, wir haben noch 13 Minuten und wir haben nur noch 6 Abstand. Ich hole das auf, ne? Ich werde hier, ich werde hier 100% mit einem Sieg rausgehen. Ich sage es ehrlich. Leute. Ja, ich habe 24. Ich habe 24. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Wer holt das Ding hier nach Hause? Oh, bei mir wartet einer. Guck mal. Bei mir wartet einer im Schacht. Siehst du es? Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich warte aber jetzt auf den. Ich warte jetzt auf den. Du bist im Dungeon, sehe ich gerade auch geil. Ich gucke gerade nochmal Dungeon. Weil meine sind teilweise echt schon weit jetzt hier. Ja, er bleibt da drinnen, ne? Ja. Oh, was ist, wenn ich jetzt Gott... Könnte ich von hier aus Gott Blaster machen auf den? Boah, das wäre ehrenlos. Tschüss. Ich habe ihn. Nein. Ich liebe Barry über... Bro, was? Bro, krass. Badezimmer läuft richtig. Die haben da irgendeine Techtelmechtel gemacht da drin. Okay, warte mal. Ey, ey, ey. Selby, das gefällt mir gar gar nicht, was du machst, Junge. Ach nein, die sind keine mehr. Mit 26. Das wird aber... Ah, boah. Warte, bei mir hinten ist wieder eine. Aber ich verkemm mich. Ich tue so, als wäre ich nicht da. Bro, ich will Wüste. Wenn ich Wüste einen erwisch, dann wird krank. Aber hier ist keiner, leider. Warte, Achtung. Ah, komm her, komm. Ja, Bro. Und ausgelockt. Die lockt sich... Bro. Ja, aber zu... Verdient, Junge. Du chillst da ja hinten, als gibt es kein Morgen. Ha! Ha! Let's go! Niemand legt sich mit Officer Lommern, Junge. Äh, ich gehe jetzt mal in die Wüste. Ich gucke, ich... Bro, ich gehe in die Wüste. Ich sage ehrlich. Guck mal, ich bin auch in der Wüste. Da hinten, da. Da, wo ich gerade hingucke. Fangen die da an und müssen an die Straße hier hoch, oder wie? Ja, ey, wenn du da einfängst, ist es richtig grunlos. Also wirklich. Bro, ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Ja! Ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Also wir haben noch... Wir haben noch 10 Minuten Zeit, um das Ganze hier... Ich probier's jetzt, Leute. ... nach Hause zu holen. Ich probier's. Ist vielleicht hier einer? Die hatte ich ja auch einen. Aber der hat sich auch ausgelockt. Wir müssen das Auto nehmen da vorne, oder? Dann... Hier ist er! Im Dungeon ist einer! Ich hab einen im Dungeon. Ja! Du hast 19. Das ist gar nicht gut. Ey, Seven. Ich rück dir immer näher auf die Pelle. Nein, aber meine Mission ist es, wirklich in der Wüste jemanden zu kriegen. Digga, hier kommen immer neue. Ey, das Ding ist, Bro, an mir kommen die ganze Zeit neue Leute. Ey, meinst du, ich kann mit dem Godblaster hier durchschießen? Warte mal. Ja, probier mal. Aber ich glaub nicht... Bro! Das geht? Das ist so ehrenlos. Es funktioniert. Was? Ich kann nicht spawn-trappen, Alter. Ey, das ist... Aber das ist echt ehrenlos, Bro. Wenn ich meinen Charakter zurücksetze, das wusste ich auch nicht, dann krieg ich wieder meinen Speedboost. Ey, was für einen Speedboost? Warum bist du so schnell, Junge? Ne, guck mal, ich kann den Speedboost einsetzen. Guck mal jetzt. Warte. Guck jetzt, ich geh aus der Zelle raus, drück jetzt die 1. Guck jetzt, warte. Ey! Ich trink fast. Und jetzt, guck mal, boom! Oh mein Gott, wie schnell! Ich hab die... Ey, ich krieg die... Oh! Bro! Bro! Krank, ne? Ey, du cheatest. Ey, ich mach das auch. Danke für den Tipps, Helbe. Du bist der Beste. Danke für den Tipps, Helbe. Du hast doch sowas gar nicht, oder? So ein Speedboost. Ja, jetzt gleich schon. Pass auf. Einmal in den Shop reingehen. Einmal den Geschwindigkeitstrick kaufen. Ey, wir haben gesagt, ohne Sachen zu kaufen. Junge, du hast doch auch grad gemacht, Junge. Ich hab Barry schon gespielt. Da warst du noch ein Fötus. Yeah! Hey, ohne Witz, Bro. Ich hab nichts gekauft. Ohne Spaß, ich hab nichts gekauft. Junge, du hast aber doch grad benutzt. Ja, ich hab benutzt. Aber ich hab... Hey, er kauft! Dann darf ich auch Sachen kaufen. Ja, mach doch. Junge, ich kauf mir jetzt auch einen Energy. Die letzten 7 Minuten laufen. Digga, warum kommen die nicht im Dungeon? Telefonzelle? Warte mal. Kann man... Was denn? Kann man als Barry... Was würdest du denn als Barry probieren jetzt? Was würdest du probieren, Junge? Sag mal. Hä? 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 Digga, was machst du da gerade? Ich hab 20! Bro, was machst du? Gar nichts! Bro, warum hast du Sprunghöhe plus 100? Geschwindigkeit plus 100? Was ist das? Sag mal. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Bro. Digga, was hast du gekauft? Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Oh, ich hab 30 Stück! Bro, du kannst cheaten, wie du willst. Ich gewinn trotzdem jetzt. Wir haben noch 6 Minuten, du willst gar nichts. Du willst gar nichts, Bro. Bro, was er macht! Hör doch auf, wie der Kacke ist. Ey, sag mal, was du gekauft hast. Ey, ey, ich sag dir gar nichts. Aber weißt du, ich weiß, ich trinke jetzt hier nochmal saftig mein Energy. Kluck, 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 kluck. Und dann heißt es Abfahrt! Sack dir nicht! Let's go! Ich geb ihn trotzdem. Auf Anzeige, ich geb ihn trotzdem. Wir gehen einmal ins Badezimmer rein. 23 zu 30. Wir haben noch 5 Minuten, du willst gar nichts. Ich werd sowas von aufholen. Ah, Badezimmer sieht richtig gut aus. Ey, wo sind die alle? Wo sind die? Ich find keinen. Okay, warte, warte, warte. Einmal Gott-Modus und let's go, let's go. Junge, wie schnell ich bin! Wie schnell ich bin! Bro, er setzt Gott-Modus ein. Also, haben wir jemals gesagt, dass wir keinen Gott-Modus einsetzen dürfen? Ich sag, wir dürfen generell nichts einsetzen. Speedboost, renn schneller! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ja! Bro, 25, 25! Okay, ich schreie mich nochmal an jetzt. Komm, komm, komm. Jawohl, Felix, ciao! Gefangen, Felix! Ah, nein, ich guck nicht gut. Warte, wir gucken Wüste. Ist Wüste vielleicht manchmal einer? Ich hab 31. Ja, ey, 4 Minuten noch. Ey, Leute, ihr müsst mir die Daumen drücken, wir gucken Hof. Hof vielleicht einer. Dungeon ist keiner bei mir. Komm, schon nur noch 4 Minuten, ne? Noch 4 Minuten, mein Bidi. Oh Gott, ich dachte gerade schon, ich werde rausgekickt. Okay. Ich konzentriere mich gerade auch richtig, dass ich safe Leute fangen kann. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Nein, Wüste ist auch keiner. Junge, der Käpt' da. Ha! Haben wir ihn! Let's go! 26 zu 31. Ey, das wird so knapp, Lumix. Noch 4 Minuten. Ich guck mal schnell, Badezimmer. Ist vielleicht Badezimmer manchmal einer jetzt gerade in der Zeit? Ich muss kurz die Taktik hier machen. Ey, jetzt kommt's richtig auf die Meter an. Nein, 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 nein. Und halt, wenn du Glück hast, kommt bei dir halt jemand dahin, ne? Bei mir ist gerade keiner, leider. Ey, ich gehe nochmal Dungeon. Ich gehe Dungeon, ich gehe Dungeon nochmal. Der war so wichtig. Ich habe 32 jetzt. Oder? Ich habe 32. Oh, das ist nicht gut. Da oben ist einer. Da oben ist einer. Ja! Nächster! Ich habe 33. Ey, warte, ich kann ja auch springen! Ich kann ja auch springen! Hä? Das geht ja gar nicht. Junge, Bro, du cheatest ja auf. Hör auf, du cheatest. Bro. Ich bin da hochgesprungen. Warte, 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 Speedboost. Banana, banana, banana. Zwei Stück, zwei Stück. Renn, 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 renn. Zwei auf einmal. Zack! Mein Boost ist weg, mein Boost ist weg. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ich habe noch einen, ich habe noch einen. Sehr gut. 29. Warum ist niemand Telefonzelle? Das schreit nach einem Sieg. Officer Lumex. Schnappt sich alle. Warte, oben im Badezimmer ist einer. Badezimmer ist einer. Badezimmer ist einer. Ey, das gibt's nicht, Bro. Zelle ist niemand bei mir gerade. Zelle ist niemand. Man, Leute, ich brauche jetzt ein bisschen Glück, dass ein paar Leute zu mir kommen. Ey, wir müssen ganz kurz hier einmal den Charakter zurücksetzen. Nein, ich finde einfach keinen. Ja, ja. Ey, bitte komm, letzten zwei Minuten. Einmal den guten God-Modus aktivieren. Heute. Ja, ich kann den hier oben. Ich habe ihn durch die Wand geschnappt. Ja. Was? Bro, ich muss mich mal zurücksetzen. Drei Stück. Hier sind drei Stück. Ja. 31. Oh mein Gott, da vorne ist nochmal eine. Renn, 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 renn. Okay, ich habe eine. Ich habe noch einen. 32. Ich habe 35. Ich habe 35. Komm, 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 36. Komm, komm, komm. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen, Bro. Was? Bro, ich muss jetzt schnell die Leute erwischen. Nein, die hat sich ausgelockt. Gott-Modus. Die hat sich ausgelockt. 34. 34. 36. 36. Habe ich. 35. Hier sind so viele. Bro. Wo kommen die her? Es ist so spannend. Es ist so spannend, Bro. Bro. Nein, bei mir zählt niemand. Partyzimmer. Ich habe noch einen. 37. Ja. Gott-Modus, rette mich. Ich habe noch einen. 37. Ja. Digga, was laverst du? Bro, du bist so ein hässlicher Polizist. Ich habe noch einen. Dieser Gott-Modus rettet mich gerade. Ja. Bro, ich glaube es nicht. Ich habe 39. 39. 30. Du bist so ein Assi. 40. Boah, siehst du, wie schnell ich renne? Siehst du, wie schnell ich renne? Siehst du, wie viele Leute bei mir sind, Bro? 1, 2, 3, 4, 5. Äh, warum? Mein Daumen fällt gleich ab. Mein Daumen. Bro, 7. Bro, nein, bitte. Bro, gib es auf. Du brauchst nicht mehr ins Chippen gehen, Bro. Du brauchst nicht mehr trainieren gehen. Du wirst nicht mehr stark, Bro. Vergiss es. Was willst du denn wieder hier? Junge, egal wo ich hingehe, Lumix kommt, Freunde. Ich will meine Daumen üben. Ich will Daumen drücken. Ich bin Daumendrückmeister. Was willst du denn jetzt hier? Was? Was für Daumendrückmeister? Hä? Was lachst du? Ja, ich will Daumendrückmeister. Hast du aber ein Problem, oder was? Ach so, du trainierst also heute quasi deine Daumen. Hab ich das richtig verstanden? Äh, ja. Wir sind hier in einem Daumendrück-Spiel vielleicht, was ich nicht gesehen habe. Ach so. Ja, Leute. Falls ihr noch nicht mitbekommen habt. Denn wir sind hier heute einfach mal in einem Daumendrücken-Simulator. Also, heute geht es ganz speziell darum, quasi, seine Daumen zu trainieren. Und, was sagen wir? Was fallen denn deine Finger nicht gleich ab, Bro? Ich will da gegen aus. Mein Daumen ist mittlerweile zu meinem Zeh geworden. Zu dick ist der. Lass mich jetzt in Ruhe und hier trainieren. Was willst du denn? Okay, warte, warte. Willst du dich wieder fetzen mit mir? Willst du dich herausfordern? Ja, wir können uns gerne fetzen. Lass mich auch mal ganz richtig meinen Daumen trainieren. Ich gebe hier auch einmal. Oh. Oh, das ist ja echt übel schwer, Bro. Oh. Was trage ich noch? Junge. Oh, guck mal. Der hier, der hat schon 400.000, Bro. Tschüch. Was hat der für eine Handel auch dabei? Guck mal, überleg mal. Wir machen mit dem Daumen müssen wir die Handel hochheben. Das ist unser Daumen, der da durchgelegt. Ja, ja, Leute. Ihr müsst es so sehen. Heute geht es wirklich nur um die Daumen. Zeh, wir lassen es doch einfach so machen, okay? Wir machen die... Wo bist du? Hallo? Ja, hier. Ich habe trainiert. Ich habe trainiert. Jonas, du hast schon auch nur 30 Daumenstilke. Ja, weil du nicht trainierst. Okay, Bro. Pass auf. 30 Minuten, wenn er nach 30 Minuten mehr Power im Daumen hat, hat gewonnen. Und heute, Seville, langsam reizeln wir dir. Heute? Hörst du zu? Hast du deine Ohren gespitzt? Ja, meine Ohren sind gespitzt. Heute 100.000 Robux. Geh noch auf dem Spiel. Kann ich nicht machen. Wie kannst du nicht machen? 200.000 Robux. Was? 200.000 Robux. Hä, warte mal. Wie viel ist das? Das sind 2.000 Euro, Digga. Ja, wir sind ja YouTuber. Wir sind ja anscheinend so reich, Leute. Wir haben ja so viel Geld anscheinend. Ja, Bro. Also, ey. Wenn ich das verliere, ich sage, ey. Ich bin pleite danach, Bro. Ach so, du hast gerade nur 2.000 Euro auf dem Konto. Dann, let's go. Ja, läuft gerade nicht so gut, Bro. Was soll ich sagen? Ja, okay. Komm. Ja, okay. Machen wir. Okay, komm. Komm. Okay. 200.000 Robux. Warte, ich packe die Handel weg. Ich boxe hier auch direkt mal mit meinem Daumen. Bam. Boah, hier. Direkt 11 und 12. Alter. Alter. Ja? Mach mal auch mal mit. Ey, Junge, Sam, das ist mein Boxer. Geh weg, Mann. So, ich brauche jetzt auch den Boxer nicht mehr, denn ich geht's. Du hast schon in den Multiplay. Du hast schon 63, Junge. Ich mache jetzt meinen ersten Kampf hier. Daumen drücken. Ja, okay. Mach du mal, mach du mal. Go, 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 go. Leute, ich bin so lange kurz gemutet. Ey, es stehen 200.000 Robux wieder auf dem Spiel. Das dürfen wir nicht verlieren. Wir müssen wieder ein bisschen, bisschen cheaten. Ich gebe hier wieder richtig viele Robux aus, sodass ich auch so stark werden kann wie der hier mit seinen 600.000. Wir gehen mal in den Shop rein, Leute. Wir gucken mal, ob wir... Bro, oh mein Gott, was gibt's für Pads? 600 Robux. Es gibt 200 Multiplayer. Und das sind drei Stück. Das sind insgesamt 600. Oh mein Gott, Leute. Wir kaufen uns direkt für 600 Robux das krasseste Pet im ganzen Spiel. Ich glaube, damit sollte Savile keine Chance gegen uns haben. Oh mein Gott, wir haben uns den Dominator gekauft. Okay, Leute. Wir gucken mal, ob wir den direkt ausrüsten können. Wir gehen mal hier zu den Haustien rein. Zack, und... Oh, warte, wir würden uns... Yo, Savile, Bro. Yo, was denn? Ich hol mir jetzt mal ein erstes Pet. Du holst dein erstes Pet? Oh, ankommen. Ich hab eine Ente bekommen. Ich hab dich einfach gezogen, Bro. Wow. Ich hab einfach eine Ente bekommen. Hier, guck mal. Ja, Bro. Ja, komm, komm. Zeig dich doch mal, wo bist du denn? Hä? Hier, guck mal, ich bin bei dir. Was denn ist das... Hä? Was ist denn das für ein blödes Pet? Sieht ja richtig kacke aus. Bro, ich hab 2000 Daumenstärke hier. Hä? Komm mal hier. Wir machen mal ein Battle gegeneinander. Komm mal hier. Lass mal Daumen drücken machen, Bro. Hier. Nicht draußen. Was ist denn das für ein hässiges, äh, 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 Pet, Bro? Ja, komm. Zeig mal, was der Daumen drauf hat hier. Let's go. Ah, ja. Oh, ich hab... Ja, okay. Bro, aber dein Pet ist übel hässlich. Du bist zwar gerade stärker, aber wir werden ja nachher sehen, wer gewinnt ist. Mein Pet sieht übel krass aus. Guck mal, deine lahme Ente da an, Bro. Übel hässlich dein Pet. Übel hässlich. Boah, ich... Guck mal, das ist auch krass gemacht. Man muss halt wirklich alles trainieren, um den Daumen stark zu machen. Ja. Muss man einmal mit so Quetscher trainieren. Alles. Dann kann man... Ah, boah, hier, guck mal. Wir equippen uns mal das 1 Kilo Quetschding hier, Leute. Damit können wir quasi die Daumen so... So richtig so zusammenpressen und trainieren. Ey, Seven, ne? Ich hab so einen krassen Multiplier schon. Ey, so ich will nichts sagen, Bro. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Das Pet gibt 200x. Was? Alter, wie viel Robux kostet denn bitte das Pet? Ich guck mal kurz, Freunde. Ja, also Seven, weißt du was? Während du da so trainierst, mach ich hier schon mal den allerersten Boss fertig. Und zwar den fetten Noob. Den machen wir easy platt, Leute. Guck mal hier. Ich mach gar nichts. Guck mal, ich mach gar nichts. Ich kann mir keine Pet kaufen, Bro. Du hast das letzte Pet gekauft. Wir sind ja alle, oder was? Null left. Ja, ich kann kein Pet kaufen. Ey, Bro, guck mal. Der Typ mit seinem Daumen kann gar nichts machen. Ich bin viel zu stark für ihn. Jetzt ist mein Daumen dran, Junge. Komm schon, du Max. Oh, der Daumen ist stärker. Bam, Junge. Ich hab ihn platt gemacht, Alter. Strong, Bro. Richtig strong. Aber warum kann ich mir kein Pet mehr kaufen, Freunde? Das redet mich jetzt gerade ein bisschen auf. Du hast deine Ente doch. Sei doch vor mir. Über die Ente, Bro. Hier. Ich mach direkt den nächsten. Direkt den nächsten. Und zack, mein Daumen ist stärker. Ja. Aha, Bro. Ey, Digga. Wie viel Stärke hast du jetzt? Ja, ich hab nur 4.000 gerade. Ich muss ein bisschen mehr trainieren, Bro. Ich sag ehrlich. 4.000? Hm, ja. Ja, ja. 4.000, genau. Was hast du jetzt? Nein, aber... Bro, ich geh jetzt gleich ins Gym, ne? Die nächste Welt ist Gym. Ja, geh ruhig ins Gym, Bro. Aber ich kauf mir jetzt hier erstmal mein Starterpaket, ne? Damit du Bescheid weißt. So, bam. Was bringt denn das? Ja, man muss ja auch hier immer fit sein, ne? Und da das Starterpaket nicht reicht, Bro, muss man sich auch manchmal einfach VIP kaufen, Bro. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, Bro. Aber weißt du, was ich hab? Warum geht das nicht? Ich will VIP haben, oder hab ich das jetzt schon? Ich hab jetzt... Oh! Ich hab jetzt ne ganz besondere Fähigkeit. Ui, 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 ui. Wusstest du auch schon, dass man alles mal zwei kaufen kann? Also egal, was ich habe, ich bekomme alles automatisch mal zwei. Also alles doppelt. Oh mein Gott. Bro, das kann zwar sein. Guck mal, wie ich aussehe. Was hab ich denn hier? Was hast du gekauft? Was hab ich denn hier? Hä? Ich weiß ja nicht, was das ist, Freunde. Boah. Was hast du? Warte, ich trainiere jetzt hier erstmal ein bisschen. Was ist das denn hier, was ich hab? Oh, oh mein Gott, Bro. Guck mal, wie ich gucke nicht schnell, dass man hier geht, Bro. Ich hab gleich schon 10.000 Daumenstärke. Junge, wie krass ist dein Daumen? Es kann doch nicht sein, dass ich hier... Ja, let's go. Direkt das Geschenk hier abholen. Was nehmen wir denn? Wir beanspruchen mal hier. Bam, zack. Die ganzen Geschenke beanspruchen. Bam, bam, bam. Sehr, sehr nice. Also ich bin jetzt noch im Gym. Ja, Bro, ich drehe jetzt erstmal ein Glücksrad bisschen. Noch ein paar Boots abholen. Lecker, lecker. Doppelte Siegetrank noch mal mitnehmen, Seven, ne? Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Das ist stark, Bro. So, ansonsten, was gibt's hier? Ah, ich guck mal. Was kann man sich denn hier noch so schönes kaufen? Oh, wir haben Tränke. Die benutzen wir auf jeden Fall alle direkt. Damit bekomme ich nochmal alles. Gegen welchen Boss hast du denn schon gekämpft? Oh, VIP. 500 Robux. Das wird sich aber dieses andere... Also, ich mein, ich kaufe mir natürlich kein VIP-Sevel, ne? Also. Äh, ja, wär gut. Wär gut. Aber gegen welchen Boss hast du denn schon alles gekämpft? Ähm. 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 Das sag ich dir gleich, nachdem ich mir einmal die Zeus-Aura gekauft hab. Die du, glaub ich, auch gekauft hast. Ich hab die Zeus-Aura. Die sieht krass aus. Ja, hast du auch den Regenbogendaum? Was? Regenbogendaum? Was babbelst du? Äh, gar nix. Das, also... Regenbogendaumen hat der einfach, Freunde. Ähm. Ja. Genau. Hast du auch den Regenbogentrail? Ne? Okay. Ne, den hab ich nicht. Äh. Was hast du da wieder alles? Das kann doch nicht sein. Hey, gar nix, Bro. Bro. Wie viel Wins hast du grad? Ich hab 1200 nur. Digga. 1200 hat der Freunde. Das sollte erstmal reichen, hoffe ich. Ähm. So. Jetzt würd ich sagen, wir probieren jetzt direkt mal hier den Nerd. Den nächsten Boss. Und danach können wir ja gerne mal miteinander kämpfen, wenn du Bock hast. Oh. Können wir gerne machen. Oh, der ist schon stärker. Guck mal, das ist ein Daumen. Der drückt mich fast runter. Aber, Leute, wir holen auf. Achtung. Drei, zwei, eins, eins. Und jetzt bin ich an der Reihe. Wir holen auf. Ja. Dachte der wirklich. Er kann mich platt machen. Oh, mein Gott. Seville, Bro. Also, ich bin ja grad dick am trainieren mit meiner Hand. Ja. Ich hol mir jetzt erst mal die nächste hier Handel wieder ab. So. Muss auch ein bisschen die Handelstärke trainieren, Leute. Ja. Oh, Seville, ey. Ich sag dir ehrlich, Bro. Boah. Ich bin so langweilig, ne? Ich mein. Ich hol mir jetzt nochmal ein Pad. Jetzt pass auf. Ich setz jetzt meinen Trank ein. Ja, Bro. Und dann bekomme ich jetzt ein krasses Pad. Ja, alles gut. Doch, doch, doch. Du brauchst gar nicht lachen. Jetzt pass mal auf, Kerle. Jetzt pass mal auf, was ich hier gleich bekomme. Ähm. Was bekommst du denn, Seville? Erzähl mal. Äh. Wenn ich mal grad... Äh. Jetzt setze ich mein... Hier. Glück ein. Und jetzt mach ich den auf. So, let's go. Oh, warte. Was? Bitte gutes Pad. Bitte gutes Pad. Kann ich das schon nehmen? Oh, ich bekomme wieder eine Ente. Ich bekomme einfach wieder Lumix. Okay. So krass ist mir noch nicht. Aber warte mal. Kann ich den Boss jetzt theoretisch schon machen? Oh, oh. Oh, 1,25 Millionen braucht man für den? Bro, der ist Champion, ne? Also der ist richtig stark. Ey, ich... Bro, mich so gar nichts. Ich probier jetzt, ob ich den Buffen schon bekomme. Oh mein Gott, der ist krass, Leute. Der ist krass. Oh, oh. Oh, den kriegst du hin? Den krieg ich nicht, Bro. Der ist viel zu krass. Hä? Ja, dann bist du ja richtig schlecht noch, gell? Ja, aber ich hab mir doch richtig viele Sachen gerade gekauft hier, Leute. Hier. Ich hab doch den Rainbow-Daumen und so. Ja, du musst mehr trainieren. Ah, ich hab den gar nicht ausgerüstet. Kann das sein? Boah, ich bin ja voll der Idiot. Bro, es gibt keine krassen Pets... Ich kann nicht diese krassen Pets kaufen. Oh, Lef. Jetzt hab ich den Regenbogendaumen ausgerüstet. Das gibt's nicht. Ah, und den Tray muss ich auch ausrüsten. Hab ich auch vergessen auszurüsten. Boah, ja, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Bro, so wird das keine Chance mehr. Ja, werden wir gleich mal sehen. Mal gucken, wer zuerst in die zweite Area reinkommt. In den außerhalb vom Gym gibt's ja auch noch eine Welt. Ich kann mir wieder neue Pets kaufen. Es gibt neue Pets. Ja! Wir kaufen uns direkt nochmal ein paar Dominator-Pets. Du hast halt schon so ein richtig krasses Pet, ne? Das ist heftig. Ja, Bro, ich hab jetzt nochmal so ein Dominator-Pet gekauft für 600. Was? Hä? Warum kannst du die denn kaufen? Oh, ich pauch einen neuen Haustier-Slot dafür. Ja, kein Problem. Kaufen wir. So. Hä? Warte mal, Leute. Ich würde sagen, wir können euch nochmal ein Battle-Gener machen, wenn du Bock hast, ne? So, jetzt erst mal ans VIP-Box-Dack hier rangehen. Ich kaufe dir jetzt ein Hydra-Ei, okay? Und jetzt mal gucken, was aus dem Hydra-Ei rauskommt. Let's go. Digga, was? Oh, rare. Ich hab ein... Oh mein Gott, okay. Das ist ein krasses Pet, glaube ich, Leute. Warte mal. Ey, warte mal. Wir brauchen Autotrainieren. Mal 30, Bro. Mal 30. Oh mein Gott, der schlägt, der schlägt viel schneller beim Autotrainieren. Guck mal, Leute. Ich mach jetzt gar nichts. Komm, wie schnell er schlägt. Oh, ich hab schon 100, 120.000. Hä? Hä? Ja, ich leh mich jetzt hier ein bisschen zurück, Bro. Digga, ich sag dir ehrlich, wie machst du das? Ich leh mich ein bisschen zurück, Bro. Chill so ein bisschen. Ich schlaf vielleicht eine Runde. Und jetzt würde ich sagen... Wo ist denn dein krasser Daumen? Ähm, können wir mal das Autotrainieren aus wieder? Zack. So, Seville. Ich bin ja mal bereit, jetzt hier gegen mich zu kämpfen, würde ich sagen. Na, komm mal her, Kollege. Wie viel Stärke hast du denn über deinem Kopf gerade? 230.000. Und du? Ähm, äh, äh, Lubex, wir können das, glaube ich, klären. Ja, komm mal her, wir machen jetzt ein Daumendrücken-Battle, Bro. Wir gucken jetzt, wer den stärkeren Daumen hat. Komm her, nicht draus. Wir können das, glaube ich, klären, Lubex. Seville, ich seh dich. Komm her. Ich hab hier gerade noch was auf dem Herd. Ich muss gerade noch hier was erledigen. Seville, ich will dein Daumen... 11.000, glaube ich, der Karsten. Seville, komm her. Komm her. Ja. Komm her, nicht draus. Ja, komm her. Ja, ich muss wahrscheinlich. Okay. Gut, wir machen das nächste Battle jetzt gegen Lumex hier. Ich schlafe eine Runde. Hey, du machst ja gar nichts. Ey, ich gewinne vielleicht. Warte. Leute, ich gewinne. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich gewinne vielleicht. Start tapping. Komm, komm, komm. Oh, Seville. Ey, Leute, ich hab gleich Lumex im Sieg, obwohl er 200.000 Stärke hat. Ja, was denn? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz mit meiner Nase auf die Maustaste draufdrücken. Ja, mach mal. Oh, okay, okay, okay. Äh, das können... Äh, Bro, guck mal, guck mal. Du kannst mich... Du kannst mich ja hier... Nein, 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 du kannst mich ja hier... Äh, wir können das Ganze klären, indem wir einfach... Bro, mit meiner Nase... Mit meiner Nase mach ich dich einfach fertig, Bro. Ja, ähm... Oh, er hat mich gleich, Freunde, er hat mich gleich... Nein, ich will... Warum reicht jetzt Endermillen hier sehr? Der aus die Maus. Ja, wann klappest du Lumex? Ich hätte Besseres erwartet von dir. Hä, du hast verloren, was laberst du? Also, ich hätte Besseres erwartet. Ich dachte, Lumex ist stärker, Leute. Ich mach jetzt den Buff-Noop, Leute. Den Buff-Noop kriegen wir jetzt easy platt. Passt auf. Hier. Der ist schon stärker. Ihr seht, ich brauch noch nix machen, aber er macht schon guten Damage auf jeden Fall. Aber jetzt hier. Jetzt setzen wir ein, Leute, mit dem Regenbogen-Daumen und let's go! Warm, easy. Wie viel Stärke hast du jetzt? Über 200.000. Nicht, Bro! Was denn? Was ist denn jetzt passiert? Was hast du dreigeschaltet? Ich hab auf einmal 2 Millionen Stärke direkt. Hä, was hast du gemacht, Bro? Bro! Digga! Hä, aber warum? Bro, warte, warte, warte. Was hast du denn gemacht? Ich muss mal die auch noch die dicke Handel ausrüsten. Hier, Autotrainieren, anmachen. Zack. Referee gewinnen. Mal gucken. Boah, ja, easy. Easy. Bro, vorbei! Vorbei! Level, was sagst du meiner Daumenstärke? Was sagst du dazu? Kann ich gerade nicht... Warte, ich sagst das sofort. Ich kämpfe gerade gegen den Nerd. Warte. Und ich hab den Nerd. So, zack. Was denn? Sag tschüss zu 200.000 Robux. Was hast du denn? 4,78 Millionen. Nee, 5,4 Millionen, Bro. Was ist mit dir passiert? Ähm, Bro, ich würde jetzt tatsächlich einmal den Champion hier fertig machen. Daumen drücken, ja? Glaubst du, du schaffst den Champion jetzt? Bro, guck mal, der ist da mit Feuer und guckt böse. Aber guck mal. Hier. Ja. Guck mal, wie langsam der ist, Bro. Den mach ich easy platt hier. Guck dir das an. Easy. Ich labere nicht, als ob du den Champion kurz mal Daumen machst. Äh, ja, ich geh jetzt gleich in die nächste Welt rein, Bro. Ich geh gleich ins Gym rein, ja? Nee, wir gehen hier aus dem Gym raus. Was braucht man denn? 15.000 Wins. 500.000 davon. Okay. Oh mein Gott, Bro. Was ist das? Aura. Oh! Hab ich gar nicht ausgerüstet, ich Idiot. Da musst du alles erst ausgerüstet. Jetzt hab ich auch diese Aura, Bro, die du auch hast. Gegen, ja, die ist nice. Aber gegen diesen Buff-Noob gewinnst du auch gegen diesen Buff-Noob, ja, ne? Äh, Bro, ich hab doch den Buff-Noob schon lange fertig. Echt? Ja, natürlich. Ach so. Der dachte auch hier. Ich bin kacke. Äh, kennst du schon das Hydra-Demon-Dragon-Pad? Hä, das kann man doch nicht kaufen. Also, ich kann's nicht kaufen. Was gibt das für Multiplier? 64 Multiplier auch nochmal. Bro, warum kannst du das kaufen? Braucht man da VIP, oder was? Äh, keine Ahnung. Ich hab's mir einfach gekauft. Ja, guck mal den Pads an, Bro. Guck mal den Pads an, haha. Warum steht bei mir aber, dass ich's nicht kaufen kann? Das versteh ich nicht. Ja, Steffel, du bist halt einfach nicht so gut wie ich. Tut mir leid. So. Das versteh ich nicht so ganz, sag ich dir ehrlich. Jetzt gehen wir nochmal schön hier an den VIP-Boxer ran. Zack, machen wir hier wieder Auto-Train an. Bam. So, Bro, ich mach jetzt noch einen Kampfhörschal. WTF. Und dann geh ich einmal raus aus dem Gym und geh in die nächste Welt rein. Ja. WTF. So, Daumen drücken. Easy peasy. Der wird platt gemacht, der Boss. So, ich kauf mir jetzt noch einen lila Dämon. Einen lila Dämon kauft er sich. Ich hab mir jetzt einen lila Dämon gekauft, Freunde. Was ist das denn für ein Pad, Leute? Mal 50. Hydra Inferno, was ist das denn? Wenn das ausverkauft, schade. Das ist auch schon so ein krasses Pad wie ich, Bro? Oder nicht? Bro, Seville, ich bin schon in der nächsten Welt hier. Ich teleportier mich einmal an den Strand. Oh mein Gott, wir sind am Strand, Leute. Let's go. Bist du jetzt am Strand, oder was? Bro, ich bin in so einer geilen Welt. Oh mein Gott, was gibt es für krasse Bosse? Mr. Krabs. Buff Shark, Fischi, Bacon und den Piraten, Digga. Bro. Oh mein Gott. Ja, du, Bro, das war's. Sag tschüss, 200.000 Robux. Das war's. Die Zeit ist noch nicht vorbei, Leute. Die Zeit ist noch nicht vorbei. Digga, Bro, denkst du wirklich, du kriegst das noch? Wer sagt das? So, erst mal hier VIP schon hochheben. Sag niemals nie. Warum geh ich das nicht hoch? Ah, da braucht man 60 Millionen für. Ah, kann ich das denn? Das kann ich auch noch nicht geben. Okay, wir müssen erst mal hier wieder, okay, wir müssen hier langsam erst mal wieder anfangen, Leute, aber kein Problem. Wir rüsten das aus, machen wieder Autotrainieren an, zack. Oh mein Gott, Bro. Es geht so schnell. Alter. Es geht so schnell bei mir, Bro. Oh mein Gott, Bro. Bro. Wie viel hast du jetzt? Warte, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Und warte, warte, ich hab genau jetzt 100 Millionen. 110 Millionen, 112 Millionen, 120 Millionen. Ich glaube, du machst mich mit einem Hit fertig, glaube ich. Du musst nur einmal auf die Maus klicken. Wir müssen das gleich mal testen. Bro, komm jetzt in die neue Welt rein, dann fighten wir. Ja, ich brauch noch grad ein bisschen. Du brauchst immer noch, hey, wie schlecht bist du, Bro? Ja, Bro, Junge, ich geb ja keine 100 Euro aus wie du, Digga. So, Pet beanspruchen, bam. Mal drei glücklich einsetzen, einsetzen, doppelte Siege einsetzen, bam, bam, bam. Ey, jetzt hab ich die Wahrscheinlichkeit, no, jetzt hab ich eine viel krassere Wahrscheinlichkeit, ähm, krassere Pets zu sehen tatsächlich. Gibt's da noch krassere Pets, ja, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, Bro. Ich mach jetzt mal ganz kurz hier. Vielleicht jetzt hier nochmal ein Pet. Äh, so ein Boss wäre... Digga, ich kann direkt... Ich hab schon 1,5 Millionen! Bro, ey, ist nicht normal. Ey, der Typ ist doch nicht normal, Freunde. Bro, ich kann direkt hier den Endboss schon machen, hä? Ich kann direkt in der Welt den Endboss schon machen, Leute. Hier, guck mal. Ich kann hier direkt den Endboss fertig machen. Direkt den Piraten. Also, ich bin jetzt auch gleich aus dem Gym hier draußen. Ey, warte mal. Ich kann auch gleich mal gegen den hier gleich kämpfen. Ich kann mir jetzt direkt hier... Bro, es gibt eine Eifel, 50.000 Siege. Oh mein Gott, wir öffnen das einmal, Leute. Was? Ich hab nicht genug Siege? Ah, ich hab erst 20.000. Wir können aber hier so ein 20.000 Eifel aufmachen, Leute. Und, was kriegen wir? Ah, Gekko. Wie viel Multiplayer gibt der denn? Ey, Bro, also bei der Faust, das dauert ja richtig lange. Faust dauert richtig lange, ja, ja. Ja, Seve, ich würde sagen, ne? Also, ich mach den Piratenboss jetzt hier nochmal fertig. Und dann mach ich halt erst mal eine Wiedergeburt hier. So. Wiedergeburt. Strong, strong. Ich würde sagen... Oh, wir können die auch skippen. Dann behalten wir alles, Leute. Das ist übel OP. Oh mein Gott. Also, ich kämpfe jetzt gegen den Champion. Mal gucken, ob ich... Bro, ich kann eine Wiedergeburt skippen mit Robux. Boah. Alter, ist das schwer gegen den Champion? Ey, Bro, das ist übel OP. Durch die Wiedergeburt kriegt man allgemein auch nochmal Boost obendrauf, ne? Boah. Ja, das stimmt, Bro. Ich hab jetzt den Champion besiegt, Digga. Der hat jetzt erst den Champion besiegt. Ja, und? Hast du ein Problem? Ich hab jetzt erst den Champion besiegt. Bro, ich skipp gerade alle Wiedergeburten einfach durch, Leute. Oh mein Gott. Bro, ich hab gleich alle Wiedergeburten durch. Wie das denn? Ja, ich skipp dir einfach mit Robux durch. Ich bin... Ach, das geht? Bro, ich hab gleich schon die doppelte Stärke. Nochmal. Allein nur, weil ich Wiedergeburten durch skippe. Oh mein Gott. Okay, das ist heftig. Ich bin jetzt schon Champion, Bro. Das ist krank. Oh mein Gott, Junge. Ich hab so viel Wiedergeburten geskippt. Oh mein Gott. Ja, ja, Wiedergeburten. Bringt gar nichts Wiedergeburten. Oh, ich brauch 15.000 Wins. Warte. Oh mein Gott. Ich hab die zehnte Wiedergeburt. Ich bin jetzt schon Grand Champion. Bro, was... Junge, was machst du mit deinem... Dein Körper platzt gleich so stark, ist der? Krieg ich jetzt schon... Warte mal, krieg ich jetzt schon... Dadurch automatisch mehr... Oh mein Gott, Bro. Ich mach 60... Ich mach 60 Millionen. Einmal Handel heben. 60 Millionen. Okay, das ist... Leute, das ist echt abnormal, was Flumex hier gerade macht. Wo bist du, Selve? Komm, lass Daumen drücken, Battle machen. Wo bist du? Ja, ich hab jetzt gleich 15.000 Trophäen. Und dann kann ich jetzt gleich auch in deine Welt. Ach, Bro. Oh, was... Hier ist das Glücksrad. Ey, Bro. Ich sag dir ehrlich... Ich mach jetzt hier direkt nochmal... Ich mach direkt nochmal hier einen Endboss-Kampf. Gegen den Piraten. So, ich kann jetzt rausgehen, endlich. Ich kann jetzt auch in deine Welt. So, schön. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Oh, das ist ja eine coole Welt hier. Piraten. Ja, komm her. Wir machen direkt ein Battle. Wo bist du, Selve? Komm her. Ich bin gerade hier. Ja, komm her. Trau dich. Trau dich. Ja, komm. Wir machen jetzt ein Battle. Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Äh, da passiert gar nichts. Hä? Mein Balken geht nicht weiter. Bro, mein Balken berührt sich keinen Millimeter. Bro. Hä? Ich drück einmal drauf. Ey, das ist nicht normal. Leute, guck mal, wie schnell ich drauf... Also, ich geb grad alles. Mein Balken bewegt sich nicht mal einen Millimeter. Föhn, ich mach einfach gar nichts. Ja, komm. Ich drück jetzt mit dem kleinen Finger ein bisschen drauf. So, zack, zack, zack. Ey, okay, okay. Autofile. Ich kann Autofile anmachen. Junge, Leute. Ich kann... Ey, das ist krank. Das ist krank. Wie stark du mittlerweile bist. Das ist ja abnormal. Geschenke hab ich alle abgeholt. Sehr nice. Ja, Mensch, Serbine. Ich würd sagen, ähm... Was sind die Boxsäcke hier eigentlich? Hä? Gibt's gar keine Boxsäcke hier? Guck mal, hier ist Mr. Krabs. Einfach Mr. Krabs ist da. Es gibt kein... Ah, hier drüben sind Boxsäcke, glaub ich, oder? Das... Ja, ja. Das ist zum Boxen. Äh, für... Äh, ja. Ja, das ist zum Boxen da. Boah, Boxen dauert echt lange. Für Mr. Krabs brauchst du 13,75 B. Also 13,75 Milliarden. Ach, lol. Du hast Mr. Krabs noch gar nicht besiegt. Lol, stimmt. Das geht nach... Von rechts nach links diesmal. Ja, und guck mal, auch der... Der Shark ist richtig stark. 5 Milliarden einfach. Oh, den Shark mach ich easy, Digga. Hier. Jetzt hör mal her. Guck mal, den Shark mach ich easy, Bro. Oh mein Gott. Oh, das ist spannend. Oh, der ist echt stark. Oha. Ja, sag ich doch. Oh, warte, 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 warte. Oh, oh. Ich komm schon. Komm schon. Oh, oh. Digga, der wird... Hast du geschafft? Ja, ja, aber... Meinst du, ich kling Mr. Krabs hin? Boah, das wird ganz schwierig. Ich mach jetzt... Ich mach Mr. Krabs. Ich glaube, ja, aber ganz knapp. Boah, er ist... Ey, Bro. Digga, er ist minimal stärker. Man kann sich einen Autoklicker kaufen. Warte mal. Kannst du einen Autoklicker jetzt so hin? Was? Was? Schaff ihn. Ich krieg ihn. Ich hab Mr. Krabs geschaffen. Laber nicht. Ich mach nix, Leute. Guckt euch das an. Ey, nicht nur Mr. Krabs hat ne Chance gegen dich. Der hat 600 Robux gekostet, der Autoklicker. Und ich hab einfach alles aktiviert, dass es automatisch macht. Ich muss nix machen. Der gewinnt jetzt einfach automatisch für mich die ganze Zeit, Bro. Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Hier. Okay, komm, Bro. Seve, ich sag dir ehrlich. Bro, komm. In 5 Minuten machen wir Endbossfight, okay? So ist es aus. Dann machen wir Endbossfight. Alles klar. Denk dran. Es geht um 200.000 Robux, Bro. Ja, ich geb mein Bestes. Ja, das würde ich dir raten, Bro. Ich geb mein Bestes auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gegen den Piraten gewinne. Ich probier's jetzt mal. So. Äh, wo geht's zur nächsten Welt? Okay, gegen Piraten gewinne ich. Gar kein Problem. Endlich die nächste Welt, Leute. Für sie gebraucht man 150. Ich kann easy aufs Schiff gehen. Ich geh jetzt. Boah, ich geh jetzt ins Schiff rein, Leute. Oder? Ah, nein. Man braucht. Bro, man braucht von jedem 4 Billionen und von der Faust 1,5 Billionen. Es reichen gar nicht Siege aus. Man braucht von allem irgendwas. Das ist ciao. Ich hab jetzt gleich 100 Millionen. Ich hab gleich 100 Millionen. Komm, wir machen. Lass uns nochmal einen Kampf machen, Bro. Komm, komm nochmal her. Ja, komm mit. Komm mit. Komm nochmal her, du Nu. Mal gucken, ob mein Balken jetzt vielleicht, ob der sich jetzt bewegt. Ja, werden wir sehen, ne? Bin ich gespannt. Mal gucken. Und let's go. Ich guck mal, ob das geht. Nochmal. Nochmal. Junge, mein Autoklicker ist okay. Ja, okay. Ja, okay. Komm her, noch eine. Komm noch eine. Komm her. Gar keine Chance. Warte. Mein Autoklicker macht mich so fertig, Digga. Bro. Das ist nicht normal. Ey, das ist geisteskrank. Ja, ne, Mensch. Ich würde sagen, sieht nicht gut aus für dich, ne? Sieht echt nicht so gut aus, Leute. Sag ich euch ehrlich. Komm, selbe letzten 60 Sekunden hast du jetzt Zeit hier, um noch irgendwas zu reißen, Bro. Danach ist Endboss-Kampf. Okay, okay. Komm schon. Wir haben es gleich. Komm schon. Selbe 30 Sekunden noch. Dann ist Endboss-Fight. Es geht um 200.000 Robux, Bro. 30 Sekunden nur noch. Oh, Leute. Das wird echt... Lea, du trainierst an diesem lahmen Teil da, Bro? Ja, Bro. Natürlich, damit ich noch mehr Kraft kriege, Junge. Du musst am VIP-Boxack trainieren, Mann. Ja, ich habe keinen VIP. Ich habe mein Geld für Adres-Sachen ausgegeben. Ich habe mehr Pets und so geholt, deswegen. Eieieieiei. So, und wir haben gleich die 4 Billionen voll. Ja, let's go. Bro, hier. Ich kann jetzt in die nächste Welt reingehen. Oh mein Gott. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Oh, in so einem Tempel, Digga. Oh mein Gott. Wie krass. In dem Tempel-Serville. So. Komm, Serville. Teil das um. Endboss-Fight. 200.000 Robux. Okay, Freunde. Jetzt, let's go. Let's go jetzt. Ich habe 88 Millionen. Ey, warte. Wir machen einen Challenge, Bro. Ich mache. Ich lege meinen Daumen ab. Ich lege alle Boots ab. Ich lege meine ganzen Pets ab. Oh, okay. Das ist krass. Ich lege Trail ab. Ey, ich bin gespannt, ob ich auch so. Wenn ich trotzdem gewinne, Bro. Guck mal. Ich bin jetzt komplett. Ah, warte. Ich muss meine Aura noch ablegen. Ja. So. Guck mal, jetzt bin ich kompletter Noob. Jetzt habe ich gar nichts, Bro. Warte, mein Trail ist immer noch. Nicht ausrüsten. Guck mal. Jetzt habe ich gar nichts mehr, Bro. Jetzt bin ich komplett clean. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, let's go. Und, let's go. Das ist nicht normal. Das ist so, Bro. Moin, der ist nicht stark, Digga. Komm, ich kriege ich eine Revanche-Runde, Bro. Komm, eine Revanche-Runde kriegst du noch, Bro. Okay, come on. Ey, das Digga, Autoficker ist ja... Ohne alles, Bro, hä? Warte. 1, 2, 1. Digga, ich habe keine Chance. Leute, Lumex hat heute gewonnen. GG. Gut gespielt, Bro. Bro, 200.000 Robux, ne? Gut gespielt, Bro. Sehr gut gemacht. Respekt. Nice, nice. Leute, 200.000 Robux für mich. Ich würde sagen, wir haben für heute gut Lust gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert. Checkt auch gerne den Verlierer-Servor ab. Der ist nämlich jetzt pleite. Ne? Und ansonsten würde ich sagen, checkt die einzige beiden Videos hier ab. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgens. In der Folge bis dahin. Wir sind raus. Ciao.